Ja, hat geklappt. Super. Sexuell. Guck mal, jetzt habt ihr sogar drei Minuten früher, Peter. Ist das nicht geil? Muss Peter Überstunden machen, mal wieder. Wie immer alles hier. Wünsche euch doch viel Spaß. Dir ein schönes Osterwochenende. Ja, ich höre ja noch später dazu. Ja, okay. Tschüss. Tschüss. Wunderschönen guten Tag, Chat. Sehr schön, dass ihr da seid. Gut was los hier, muss ich sagen. Und es freut mich gerade sehr, den Chat zu lesen. Ich hoffe, ihr hattet bisher schon eine gute Zeit. Der 25-Stunden-Stream läuft ja bereits seit 10 Uhr. Bei mir natürlich wieder Lando Norris als Sounds. Ich weiß nicht, was Jay hatte. Wie geht's den Mods? Ja, ich sehe Happy, ich sehe Delta. Geht's euch auch gut? Ich sehe Peppi. Pia, Wusi, Caro, Tuti. Alle am Start hier. Ja gut, ist noch früh, ne? Wie habt ihr das eigentlich gemacht? Habt ihr euch so ein bisschen aufgeteilt? Oder zieht ihr einfach 25 Stunden durch? Ah! Hier werden Subs verschenkt. Verschenkt. It's Ferosk. Hat 10 Stufe 1 Subs an euch, die Zuschauern verschenkt. Weil er ein Gönner ist. Einfach, weil er ein Gönner ist. Da hau ich doch direkt mal die Chris Effes in den Chat. Ich hab vorhin kurz reingeguckt, als der Chat Emotes Only war. War auch ein lustiger Chat, muss ich sagen. Ihr hattet 300% Subtrain. Lese ich gerade im Chat. Ja, stark. Dankeschön an alle, die dabei, während Jay gestreamt haben, krass supportet haben. Der Drops aktiviert Tag ist noch drin. Das ist natürlich Quatsch. Lass mich das mal kurz hier, noch kurz den Tags rausschmeißen. Hier sind keine Drops aktiviert. Okay. Wie kann ich das rausschmeißen? Bei mir taucht da kein X nebenauf. Normalerweise sollte da auch ein X daneben auftauen. Der Titel ist bereits geändert. Die Mods waren da sehr zügig und smart. Äh. Aber den Tag kriege ich hier gerade irgendwie nicht raus. Jetzt ist er raus. Perfekt. Ja, Green Hell ist sehr cool, lese ich hier mehrfach im Chat. Das freut mich natürlich zu hören. Vor allem ist die zweite Folge rausgekommen. So wie es aktuell ankommt, können wir da noch ein paar Folgen mehr zu machen. Aber das ist natürlich immer geil. Danke noch an D-Gamer, an TheRealZenirav. An YAMU, an Project Codename. An DJ Michi, an Esco, an... GoMonato hat auch nochmal Subs verschenkt. Alter! TheReal... What the fuck? Warte mal kurz. GoMonato hatte noch zwei Subs verschenkt. Jetzt gerade hat noch TheReal Slim Nero Subs verschenkt. Und Dorsch hat gesuppt und IchBims und Droggelbecher und Yanniboy und Maurice und Tanguy und Rage, HoTV, Valanya, Haro und Vanneblank. Dankeschön. Dankeschön. Ganz viele... Also ich hoffe, ihr habt einen Sub bekommen. Wer nicht? Die Chance ergibt sich bestimmt nochmal. Ansonsten Subt einfach selber, ne? Vielen lieben Dank. Nochmal die... Nochmal IFS in Chatgown. Leinerts, Dankeschön auch nochmal für den Sub. Also mein Plan ist jetzt, ähm... Mountain Blade 2 Bannerlords weiterzuspielen. Und dabei ein bisschen die Geschichte von Herbert von Hotensack weiterzuspinnen. Das ist der Plan. Hier sind wir ingame. Hier sind wir in Poros. Da haben wir... Die erste Folge auf YouTube beendet. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt oder nicht. Aber... Das hier ist Herbert. Ja. Ganz schön grau. Und nicht so stark in manchen Sachen. Ich habe herausgefunden, auch durch eure Kommentare, dass man hier, wenn man hier lernt, so wie ich bei dem Polearm, dass man hier solche Sachen freischaltet, die man dann aber auch nochmal speziell... Oh, ich bin über Herbert rüber. Ja, das ist natürlich nicht so gewollt. Warte. Ja, also hier, das bin ich. Äh, und hier muss ich mir meine extra Hitpoints nochmal besorgen, indem ich hier nochmal zusätzlich sage, jo, die will ich habe. Deswegen extra HP, Hitpoints increased bei 3%. Und, äh... Bei Riding haben wir das ebenfalls. Da können wir das auch draufhauen. Und bei Tactics haben wir das auch. Das hatte ich alles schon freigeschaltet. Aber... Habe ich noch nicht gecheckt gehabt. Ich finde, das passt schon sehr gut mit den Schultern und so. Ich finde schon... Titel steht Harald? Stimmt, Titel steht Harald, Hohensack. Wir sind Herbert von Hohensack, nicht Harald. So, jetzt, also das ist, das ist unser Skill, sozusagen. Wir haben auch keine Punkte, die wir noch groß verteilen können. Wir haben natürlich... Achso, ich will die, will ich applyen, die Changes. Wir haben unser Inventar, ja, wir haben uns einen Bogen geholt. Wir haben hier so ein, so ein, so ein Speer. Da habe ich in den Kommentaren gelesen. Es gibt auch Speere, die man benutzen kann, indem man X drückt beim Reiten. Aber dieser Speer gehört leider nicht dazu. Äh, wir haben... Alter. Van Walberg hat gerade 100 Euro Trinkgeld dagelassen. Vielen Dank für die Unterhaltung. Bleibt gesund und frohe Ostern. Van Walberg, holy shit, crazy boy. Äh, oder girl. Vielen lieben Dank für das exorbitant hohe Trinkgeld an diesen feierlichen Ostertagen. Dir auch natürlich frohe Ostern. Und, äh, ganz herzlichen Dank. Alter, hier geht gerade noch mega viel ab. Mega viel ab geht hier gerade. Dinza hat noch gesubbt. Teddy hat 2 Euro Trinkgeld dagelassen. Dankeschön, Peter, du erinnern. Danke. Chaos Sucks hat gesubbt. Äh, Creeping Silence hat gesubbt. Der Herr, Chris, Kataru, Senior Paletta, Goofy, Waynes. Dann hat Noob Fragger, hat dann gerade auch nochmal 10 Subs an euch verschenkt. Alter, what the shit. An alle von euch. Ein fettes, ein fettes F in den Chat. Sagt man jetzt eigentlich am Freitag schon frohe Ostern? Am Karfreitag? Sagt man dann schon frohe Ostern? Also, warte mal. Ich werde mal hier natürlich meine Cam ändern. Viele haben gesagt unten rechts. Weißt du, man kann die vielleicht hier so unten rechts. So, über, über dem Ding so platzieren. Vielleicht ist das eine ganz gute Idee. Ne, das sagt man schöne Kreuzigungen. Ha, 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 ha. An Karfreitag. Eine Schwester von mir hat heute tatsächlich Geburtstag. Und da haben wir vorhin FaceTime gemacht. Ähm, mit meiner Familie, die, also meinen Eltern, meine anderen Schwestern, meine Oma, meine Freundin und ich von hier. Und dann halt meiner Schwester mit ihrem Mann. Und über FaceTime, äh, Happy Birthday singen. Ist nicht so leicht. Ha, ha, ha. Aber da hat Papa direkt gefragt. Und habt ihr heute schön was Vegetarisches? Ich bin ja nicht gläubig. Ah. Happy Birthday singen ist eh Fremdscham. Machen wir immer. Machen wir. Also, Happy Birthday wird bei uns gesungen. Das gehört dazu. Das haben wir auch vor einer Woche gemacht. War ziemlich chaotisch. Ja, wir sind mittlerweile sehr trainiert da drin. Weil zu meinem Geburtstag war es ja auch so. Kurz nach mir hat mein Vater Geburtstag. Da war es auch so. Dazwischen hatte meine Freundin Geburtstag. Da war es auch so. Und dann hatte jetzt noch meine Schwester Geburtstag. Da war es auch so. Also, wir jetzt gerade in der Corona-Zeit, es sind sehr viele Geburtstage gewesen. Das heißt, wir sind jetzt trainiert in dieser ganzen FaceTime-Geburtstagsnummer. Schon gesehen, wer da einen Podcast-Tweet retweetet hat? Ja, Zach Breff. Zach fucking Breff. Der hat auch schon meinen ersten Podcast-Tweet dazu retweetet. Ich glaube, der retweetet einfach alles, wo es um den Podcast geht und jemand einen Haken auf Twitter hat. Ehrlich gesagt. Aber egal. Ich finde es trotzdem cool. Hast du für Bram über Videocall gesungen? Neffe Bram habe ich nicht gesungen, glaube ich. Dankeschön noch an Torpius Gaming, an Crofty, an Mattrust und Buzzcrushers für eure Subs. Lander hat auf dich wieder reagiert. Ja, habe ich schon gesehen. Er hat auf meinen Pete-Rage reagiert. Ich habe aber aus dem Clip nicht erkannt, ob er wusste, dass ich Pete-Smeet bin oder ob er einfach nur irgendein Dulli dabei zugeguckt hat, wie er sich aufricht. Grüß auch nach Kevela, Cindy. Auch dir einen schönen K-Freitag. Peter, was ist besser, Integralrechnung machen oder den Stream schauen? Sehr ehrlich, den Stream anzuschauen ist zu 100 und 1% besser als goddamn Integralrechnung. Ey, ich stimme dir da 100% zu. Wenn ich mir eigentlich entscheiden müsste zwischen Stream schauen und Integralrechnung, würde ich auch Stream schauen. Außer ich müsste irgendwas, einen Test machen oder schreiben, dann wahrscheinlich nicht. Alright, also wir haben hier unser Desert Horse, haben wir. Wir haben einen Esel. Und ansonsten haben wir ehrlich gesagt nicht viel. Wow, ich nehme die Integralrechnung, schreibt Caro. Wow. Wir haben Kara the Shield Maiden als hier, ne? Unsere... Als eine unserer Begleiterin. Wir können hier sogar Leute recruiten. Machen wir mal. Nicht recruiten, sondern upgraden. Wir hatten unseren Imperial Recruit, der jetzt ein Imperial Archer ist. Und ich weiß nicht, ob man Looter... Ob man Looter zu sich holen sollte oder ob man die besser verkaufen sollte. Chat. Das wäre jetzt mal so eine Frage, die mich... Wo mich eure Meinung interessieren würde. Verkaufen. Lotter sind nix wert. Ich verkaufe die immer. Verkaufen, 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 verkaufen. Okay. Dann machen wir das so. Wenn ich mich recht entsinne, macht man das in der Taverne. Da könnte man jetzt hier sagen, Ransom your Prisoners. Aber man kann die auch auswählen. Und zumindest... Letztens habe ich noch den Tipp gelesen, dass wenn du das manuell machst, du deine Skills mehr steigerst. Und das ist ja... Wir reden hier gerade von Menschenhandel. Das ist absolut korrekt. Wenn du mich nicht dafür schämen, so funktioniert das halt hier. Da wurden gerade noch zwei Subs verschenkt. Vielen lieben Dank. Von... MRN. 1992. Glückwunsch an alle, die ihn bekommen haben. Pletio... ...und MRN haben auch noch gesuppt. Und Limu hat auch noch mal gesuppt. Der Bug ist gefixt. Ah, der Bug ist gefixt. Das ist natürlich ärgerlich. Okay. Ähm... Und ansonsten habe ich noch gehört, über die Kommentare, dass man in den Arenen gut kämpfen kann. Das Problem ist, ich habe die Schwierigkeit auf realistisch. Und ich habe einen anderen Spielstand gestartet, äh, nach dem Video. Einfach, um mal ein bisschen das Spiel kennenzulernen. Und da habe ich auch ein paar Arena-Files gemacht. Ich habe nicht einen einzigen gewonnen. Nicht einen einzigen. Das ist ein bisschen ärgerlich. Aber ich finde das Spiellauf realistisch auch echt hart. Kann ich hier eigentlich Truppen rekrutieren? Jo. Wie viel haben wir denn? Ach so, mehr geht gar nicht. Ich habe 21 von 21. Für die Arena brauchst du gutes Equip. Brauchst eine bessere Rüstung wahrscheinlich. Ja gut, wir haben jetzt nicht die große Kohle. Muss man dazu sagen. Wir haben 1100. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich erstmal ein bisschen Cash machen. Aber... Wir könnten ja mal Just for the Lulz so einen Arena-Kampf machen. Brauchst mindestens der MP5. Oh, ist... Habe ich das jetzt verkackt? Oh, ich glaube... Läuft gerade gar kein Fight? Ne, es läuft gerade gar kein Fight. Na gut. Dann würde ich sagen, müssen wir woanders hin. Sionika hat er gesagt und noch irgendeine Stadt hat er gesagt. Läuft was. Wir können ja mal ganz kurz gucken, wo wir ein bisschen Cash machen können. Hier würden wir in Amitatis ein bisschen Geld machen. Unter der Voraussetzung, dass das auch tatsächlich funktioniert. Hier ebenfalls. Ich kriege hier gerade nur Amitatis Sachen. Kann man sich das eigentlich aufschreiben und dann merken und dann bleibt das auch so? Beispielsweise, dass Tools hier günstig sind. Du solltest dir die Preisliste für Güter von Hand of Blood holen. Gönn dir den Hanno-Guide. Okay, wo finde ich den Hanno-Guide? Unos momentos, por favor. Twitter. Okay. Hand of Blood. Hanno ist sowieso mega cool. Der hat mich auch angeschrieben, so von wegen, hey, wenn du Hilfe brauchst bei den Games, wenn du irgendwelche Fragen hast, melde dich. Also, Ehre an der Hanno, muss ich ja wirklich sagen. Jetzt muss ich nur gerade das suchen. Also, ich sehe hier eine Liste, wo sowas steht wie Mule 76, Sampahors 22 und so weiter und so fort. Aber was sagt die mir? Das ist die Frage. So machst du 200.000 Coins pro Stunde. Er hat so eine geile Liste. Aber. Dass man unter diesem Wert kaufen muss. Dass sie die Werte darunter einkaufen, darüber verkaufen. Äh, LOL. Wie Lara Loft sagen würde. LOL. Mach ich das doch mal auf. Okay. Falls ihr das auch sucht. Ich habe euch den Tweet mal ganz kurz als URL gepostet. Wenn ich jetzt hier beispielsweise die Tools sind 54 zu kaufen. Tauchen die da überhaupt auf? Die tauchen da gar nicht auf. Das ist ja schon mal wieder belastend. Das heißt, Tools sind wahrscheinlich nicht so gut. Vor du an Turnieren teilnimmst, wäre es sich ratsam, eine vernünftige Rüstung zuzulegen. Ja, das ist auch, ist auch der Plan, aber dafür haben wir halt aktuell kein Geld. Deswegen müssen wir erst ein bisschen Geld sammeln. Ähm, was ist denn hier noch günstig? Pottery 61. Hanno sagt, Pottery 100. Das heißt... Nehmen wir doch mal ein bisschen Pottery mit. Dass wir noch ein bisschen, dass wir noch genug Geld haben, um unsere Dullis hier zu bezahlen. Oh, da können wir sogar noch ein bisschen mehr mitnehmen. Amitathis vor 128. In den Warnkorb. Lieben wir. Herbert, Amitathis war da oben. Können natürlich auch nach Lycaron. Da weiß ich aber nicht, ob wir dafür so viel kriegen. Wir reiten mal nach Amitathis. Ich weiß, dass man auch noch später sowas wie Karawanen machen kann. Habe ich auch gemacht in meinem anderen Speicher. Looter. Ich habe jetzt auch gelernt, das war ja bei dem letzten Video ein bisschen witzig. Der hat eine Geschwindigkeit von 4,3. Können das hier hochklappen, dadurch wird es für euch ein bisschen abgeschnitten. Aber wir haben 4,9. Das heißt, die Looter kriegen wir. Denn eigentlich, guck mal, die reiten sogar praktischerweise in die richtige Richtung. Denn eigentlich haben wir schon so eine Art Ziel. Doppelklicken für schnelles Reiten, als ob. Wir haben schon so ein Ziel. Wir haben nämlich zwei Quests. Wir haben einmal Investigate Red Sets Folly. Da müssen wir über, mit, mit, ähm, mit Nobles darüber sprechen, was das ist. Und einmal haben wir hier Rebuild Your Clan. Wir haben ja unseren Clan. Das ist hier Clan von Hodensack. Ne, Clan Hodensack steht da oben. Und um damit Level aufzusteigen und damit wir uns einem Königreich an, äh, nicht anpassen können, sondern anschließen können, brauchen wir halt Geld. Wir brauchen mehr, eine höhere Party Size. Wir müssen bekannter werden. Renown ist quasi Bekanntheitsgrad. Kriegt man, indem man in Turnieren gewinnt, zum Beispiel. Ich glaube auch über, über Quests. Und indem man Looter tötet. Und, ja. Dafür braucht man mindestens einen Companion, den wir ja sowieso haben. Kämpfer allgemein, glaub ich. Nur zu Infos, gibt's schon einen Deutschmod zum Runterladen. Ich find das jetzt ehrlich gesagt nicht so schlimm, dass das auf Englisch ist, wenn das jetzt euch nicht allzu stört. So, hier. Der Looter sagt, yeah, what do you want with us? Aber das Geile ist, gefühlt werden die sich niemals zurückziehen oder ergeben. Die werden einfach immer kämpfen wollen. Oh. Außer jetzt. Haben sie gestern gepatcht. Oh, lol. Okay, das wusste ich nicht. Das wusste ich nicht. Das wurde gepatcht. Oh, mein Gott. Aber ich will die blöden Looter nicht haben. Soll ich die einfach killen? Ich kill die einfach. Ist mir egal. Attack. Immer, immer selber attacken. Ich hab einen Bowman. Der muss nach vorne. Alter, worauf schieß ich denn hin? Wir haben sie gekillt. Wir haben sie gekillt. Gegen zwei Looter haben wir gewonnen. Kann man seine eigenen Leute killen? Kann man seine eigenen Leute killen? Es leckt. Nägt es oder ruckelt es? Oh, die kann ich jetzt nicht mitnehmen, wa? Die Empire Peasants würden meine Truppenstärke übersteigen. Aber dafür haben wir jetzt ein geiles, noch ein zusätzliches Pferd bekommen. Ruckelt ein wenig. Hattet ihr da nicht volle FPS oder was? Ich sehe es im Vorschaufenster, dass es nicht smooth ist. Ich mache mal ein V-Sing an. Ich werde da bestimmt gefixt. Das geile ist, mein OBS sagt mir sogar, yo, das ist auf 60 FPS. Ah, wenn du Doppelklick machst, erhöht dir direkt die Zeit. Verstehe. Was ich tatsächlich noch malen könnte, wäre komplett Fullscreen an. Huckelt nur im Kampf. Okay, dann sehen wir das jetzt nicht. Versuchen wir doch mal, unsere Sachen gewinnbringend zu verkaufen. Pottery können wir nur für 90 verkaufen. Es ist eine Lüge gewesen. Aber es ist trotzdem noch immer mehr, als wir dafür ausgeben. Armwraps haben wir gar nicht an. Die können wir mal schön anziehen. Und diese Schuhe sind schlechter als unsere Schuhe. Clay wiederum. Clay steht hier bei 20. Ja, keine Ahnung. Verkaufe ich auch mal. Cancelat Poros vor 35. Na ja, gut, behalten wir es vielleicht. Claymore. Grundsätzlich möglichst gewinnbringend wieder verkaufen. Aber nicht zu lange halten, weil du jeden Gewinn so klein auch sein mag, wieder reinvestieren musst. Na gut. Good point. Wollen wir doch mal schauen. Erstmal holen wir uns hier das Cash. Das ist ja schon mal klar. Jetzt versuchen wir es nochmal mit der Arena. Join the Tournament. Join. Okay, wir sind mit Imperial Vickler Recruit, Imperial Recruit und Imperial Veteran Infantryman in einem Team. Oh, ich bin Bogenschütze. Sehr gut. Ups. War da, war da ein Teamkill? Hab ich gerade einen Teamkill gemacht? Bin mir nicht sicher. Oh Gott, immer noch. Okay, Moment. Schauen wir mal auf Fai. Huh, das war ein Headshot. Alter, so eine Rüstung macht schon was, ne? Oh mein Gott, war das wieder ein Teamkill? Ne, oder? Oh, wir haben gewonnen. Okay. Womit könnte das zusammenhängen? Wieso geht das? Ich stelle es einfach nur mal, um es zu testen, auf Low. Ja, doch, jetzt ist es besser, ne? Warte. Join. Oh nein, jetzt muss ich... Sehr gut! Sehr gut! Ja, so eine 1080... Komm, mach was! Teammate! Ich verteidige hier! Gegen einen Mann mit der Rüstung! Kill den da hinten! Alter! Nein, Teammate! Das ist jetzt ein Problem. Ihr seid beide in einem Team. Okay, wie... Wie komme ich jetzt aus der Nummer raus? Ah, gar nicht! Oh, mein Schild ist kaputt! Oi, 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 oi! Das ist jetzt natürlich ärgerlich. Aber wir sind trotzdem weiter. Denn es waren vier Teams, die gekämpft haben. Und ja. Komm, wir gucken uns mal an, wie Thynops klarkommt hier. Gucken wir uns mal das Match an. Ich weiß immer noch nicht, wie dieses Kampfsystem funktioniert, ehrlich gesagt. Das ist so hektisch. Gefühlt kann man ja durchgehend angreifen. Ja, du machst das! Oder sie, wie auch immer! Hau den auf die Fresse! Alter, wie lange die aushalten mit so einer Rüstung! Ich habe keine Chance. Ich bin... Ich bin nach zwei Schlägen down. Das ist ja unglaublich. Wie sie sich die ganze Zeit auf die Fresse... Tönops hat gewonnen, Junge. Er freut sich auch richtig. Wir müssen jetzt gegen den Imperial Vigler Recruit machen. In Arena kämpfen zirkle ich mit dem Schwert um die Gegner und ziele auf den Kopf. Okay. Let's try that. Das ist der absolute Overtrick, Junge. Das ist der absolute Overtrick. Okay, jetzt gegen Tönops. Dann sehe ich mich. Oh Gott! Moment, ich muss zirkeln. Lass mich zirkeln, Tönops. Zirkeln! Zirkeln! Ja! Echt! Wer braucht schon Rüstung, wenn man kreiseln kann, Leute? Hä, Peppy? Du bist Tönops? Wieso bist denn du Tönops? E-Sports ready. Cheathexer. Verdient gewonnen. Geil, ey. Ich hab mein erstes Turnier gewonnen, weil ihr mir einfach einen mega geilen Tipp... Weil Tönops klein ist, wow. Weil ihr mir einfach einen mega geilen Tipp gewonnen hat. Das hat drei Renown gegeben. Das ist voll viel. Das ist echt gut. Warte mal, das heißt, ich hab jetzt ja... ...diesen geilen Judgment bekommen. Den will ich aber gar nicht, oder? Ich benutze weiterhin schön meinen Speer, Junge. Aber den kann ich halt verticken. Eine Rüstung wäre gut gewesen. Judgment verticken. Okay. Jetzt müssen wir mal wieder hier ein bisschen was einkaufen. Erstmal brauchen wir auch was zu essen und so, ne? Das wäre vielleicht auch nicht so schlecht. Grain 9. Das ist auf jeden Fall auch recht günstig, würde ich sagen. Da machen wir mal auf 10 hoch. Oliven bei 30. Ja, sehr gut. Das heißt, da gönnen wir uns auch ein paar. Einfach nur, weil wir wollen, dass unsere Leute auch was zu essen haben. Die will ich gar nicht verkaufen. So. Jetzt gucken wir mal hier, was grün ist. Das Öl ist, äh, 84. Solmecke soll mal der Frage nachgehen, ob die Kreisetaktik nicht menschenrechts wirklich ist. Oh, nach Value sortieren. Das ist tatsächlich auch mal mega smart. Wobei ist das so smart, ich würde halt gerne nach Value... Das einzige, was grün ist, ist das Öl, Junge. Öl bei... Ab 70. Ne, Öl ist also scheiße. Hier ist ja alles teuer. Hier ist nix grün. Muss ich wohl mehr Grain holen. Canceled Poros für 13. Das ist ja zumindest 4. Canceled Poros für 38. Hier hatten wir 8 Gewinn. Nur solange das stimmt natürlich. Wir haben auch jetzt nur immer den Vergleich mit Poros. Wir müssen gleich mal eine andere Stadt anfahren. Wir fahren gleich mal. Wir holen uns noch ein bisschen mehr Grain und verticken glatt dann einfach für Gewinn. Grain braucht ja wohl jeder, oder? Ja, lass mal deine Soldatenöbel kriegen. Öl ist halt so scheiße. Ja, für 9 kann man dann ja Grain ganz gut holen. Oh, ich habe ja viel zu viel jetzt mit. Wollen wir mal ein bisschen runter gehen. Nehmen wir mal so. Falls wir zwischendurch Looter killen, will ich die ja noch mitnehmen. Jetzt gucken wir mal hier. Wir haben hier eine Quest. Artisans can't sell their products in Amitatis. Die Quest habe ich schon mal gemacht. Dadurch werden aber andere Leute sauer auf mich. Jetzt ist die Frage an euch, Chat. Sollte man solche Quests überhaupt machen? Left Shift 4, 5 per Klick. Ja, das ist smart. Habe ich nur gerade vergessen. Ne, ne? Eher nicht. Ja, habe ich nämlich auch so im Kopf. Fencing Stolen Goods. Jumma, die will mir geklaute Ware verkaufen. Das ist gut. Oder nicht? Auch nicht. Ja. So nach verlorener Tochter gibt am meisten Cash. Wir reiten die jetzt erstmal. Keine Ahnung, wie man an verlorene Tochter köcht. Ich will nach Lycaron. Wie schnell sind wir eigentlich? 4,9 weiterhin. Okay. Elegaler Shit ist immer gut. Ja, sehr gut. Was würde es bringen, zwischendurch mal bei so Dörfern vorbeizuschauen? Würde das irgendwas bringen? Wir haben gerade wieder was vertickt. Da sind 6 Looter. Wie schnell sind denn die so? 4,9. Ne, die sind so schnell wie wir. Das bringt nichts. Die sind auch 4,9. Wir müssen mal schneller werden. Quests und manchmal kannst du dort gut Sachen verkaufen. Nahrung ist günstiger in Dörfern. Okay, für wie viel kann ich denn jetzt hier Grain verkaufen? Für 13. Gut, hat zumindest Plus gemacht. Nicht viel. Aber hey. Wir brauchen mal mehr Pferde. Aber die wirken hier sehr teuer. Ehrlich gesagt. Gucken wir mal, ob es hier wieder eine geile Arena gibt. Join Determine, Junge. Join! Okay, das ist die erste Runde. Da sind wir nicht dabei. Hier wollen wir kämpfen mit Kara, der Schildmain, Junge. Oh, nein. Tun wir nicht. Kara, ich muss dich töten. Tut mir leid. Aber die Zirkeltaktik wird deinen Kopf zerstören. Sie ist real. Easy. Moment, bei 2 ist das aber nicht möglich. Funktioniert nicht. Taktik ist kaputt. Taktik ist Maximum zerstört. Ich bin tot. Er ist natürlich belastend. Damit haben wir verloren. Wut haben wir hier Funktion. Ja gut. Bei 1 und 2 ist das natürlich schwierig. Jetzt sind wir aber schon mal... Die Rüstung war mega, schade. Spiel doch bei 2 in Safe und lass die sich erstmal killen. Das funktioniert nicht. Die 2 waren in einem Team. Das hätte nicht geklappt. Aber nice try auf jeden Fall. Okay. Wann haben wir denn hier in grün? Oder was wir gut verkaufen können? Guck mal hier Clay. Clay 15. Ja, da sagt Hennus Guide. Unter 20 kaufen. Unter 20 kaufen. Clay ist wahrscheinlich schwer, wa? Ich habe euch jetzt getriggert mit dem Shift-Links-Klick. Ich habe das Gefühl, dass es zu wenig tragen kann, um richtig Cash zu machen. Auf einer Pause. Was? Hallo? Ach, die sind so schnell wie ich. Ne, die sind sogar schneller als ich. Die müssen wir aber günstig... Hier, hier gibt es doch Pferde zu kaufen. Die machen Primary Production Midlands Palfrey. Dann müssen wir doch mal hier was kaufen. Hier. Sumter Horse 44. Ja, das ist jetzt natürlich deutlich über dem, was mir hier gesagt wird. Aber das dürfte meine Geschwindigkeit ja nochmal deutlich erhöhen. Ja, Esel sind halt direkt mega teuer, ne? Esel kosten halt 151 direkt. Will ich jetzt mal noch nicht holen. Super Horse ist nur fürs Tragen. Oh, die macht mich nicht schneller? Oh, das ist ja belastend. Hm. Aber hey, dafür machen wir jetzt Gewinn mit Clay, Junge. Guck mal hier, wir haben die für irgendwie voll wenig gekauft. Jetzt haben wir schon 2000 Gold, Leute. Wir sind richtig am Cachen. 2000 Gold. Vielleicht ist hier ja mittlerweile auch ein Arena-Kampf. Ne, leider nicht. Hätte ja sein können. Okay, das heißt, man müsste hier solche, also entweder die Esel kaufen oder ja. Okay. Das heißt, ich gucke hier wieder, was man günstig kaufen kann. Oder Pottery ist immer noch günstig, auch wenn wir das gerade schon gemacht haben. Ansonsten hast du hier sehr viel Rot. Kein einziges Grün, aber teilweise kriegst du halt trotzdem Gewinn. Okay, so beispielsweise Cheese. Oh, bei Cheese steht nichts. Ja, ja, belastend. Ja, wir fragen mal den Arena-Leiter, wo Turniere stattfinden. Okay, wo gibt es denn noch so ein paar Kämpfe? Sanala und Yalmaris. Die Stadt ist gerade mega teuer, da kaufen wir, glaube ich, mal nichts. Gucken wir mal, wo wir hingehen müssen. Nein, der ist ja mega weit weg. Wo ist überhaupt Sanala? Dingensbumens. Ach, da! Das ist ja noch schwieriger. Ja, ne, da sehe ich mich eher weniger. Ja. Gucken wir mal, ob wir hier mal helfen können. Onika, ob die da irgendwas... Oh, hier gibt es eine Quest. Da! Da habt ihr mir doch gesagt, ist gut. Anon of Onikas Daughter is missing talk. Mods? Was schreibt ihr da? Ich glaube, Delta, du hast gar nicht Geburtstag. Okay, I, sorry, I don't think I know you. Ich bin Herbert, Junge. Wie ist ihr Name? Ja, du bist Amnon. Du hast ein Problem? Ja, meine Tochter... Meine Tochter ist weg. Die hat da irgend so einen Typen gefögelt und jetzt ist sie weg. Ich glaube, der Typ hat sie einfach gefangen genommen. 1.650 Gold für denjenigen, der sie zurückbringt? Das sehen wir doch. Okay. Er ist von irgendeiner Unterschichtenfamilie. Ja, die machen irgendeinen Bullshit. Okay. Wir können sie finden. Daniria the wronged. Please find her and bring her back to me as soon as you can. Okay, wo bist du? Läuft die dann da irgendwo rum? Nee, oder? Die ist dann wahrscheinlich irgendwo im Umfeld, aber ich weiß nicht wo. Warte mal, ich guck mir mal die Quests an. It's been abducted. You have to accept to search her and bring her back to me. If you cannot find their tracks when you exit settlement, you should visit nearby villages to look for clues. Der Ort ist markiert, hat mir der Chat gerade gesagt, aber ich sehe keine Markierung. Die schwarz markierte Stadt. Achso, die so etwas quasi größer ist. Verstehe. Okay, wir gucken mal. Ich kann ja hier nichts rekrutieren. Okay, hier können wir Oliven für 28 kaufen. Ja, ist vergleichsweise günstig. Können wir Poros für 50 verticken. Ja, Poros ist doch hier direkt um die Ecke. Können wir uns doch mal hier ein paar Oliven, oder? Und Buddha 32. Nein, das ist zu teuer. Auf nach Poros. Aber jetzt mache ich, glaube ich, keinen Gewinn mehr, oder? Für wie viel habe ich die gekauft? Für etwas weniger als 30. Sollte ich die vielleicht nochmal woanders verticken? 28 habe ich sie gekauft. Aber jetzt mache ich keinen Gewinn mehr. Nehmen wir mal so mit. Gucken wir mal kurz, was hier, ob jetzt hier nochmal was ist. Ob sich die Preise in der kurzen Zeit geändert haben. Sieht aber nicht danach aus. Spielt Peter auch die komplette OP-Klassen? Ich weiß nicht mehr, was die OP-Klassen sind, also. Ich schildere ja. Aha! You ask around the village if anyone saw Daniria the wronged. Or some suspicious characters with a young woman. Villagers say that they saw a young woman. Ne, young man. And the girl rides in early in the morning and bought some supplies and galloped towards Alsassos. Okay, was kann ich denn hier kaufen? Grain für 18? Wohl für 61? Ah ja, ihr seid ja alle ganz schön teuer hier. Okay, Alsassos. Alsassos ist aber ganz schön weit weg. Ich weiß nicht, ob ich bei 4,9 war. Ja, ja, Alsassos. Ich wollte hier einfach nur gucken, ob ich hier irgendwas günstig kaufen kann. Alles Tutti, my friends. Alles easy peasy. Aber seht nicht danach aus. Und Truppen... Imperial Infantry? Das ist natürlich schon mal besser als... Ja, ja, ich gehe gerne über mein Limit, Junge. Dafür werden wir einfach irgendjemanden wegtun. Und zwar... Fucking Recruit. Done. Die Watchmen weg? Wieso die Watchmen? Die Watchmen sind doch eigentlich ganz gut, oder? Die sind Level 2 gewesen. Gucken wir mal kurz, was das hier zu kaufen gibt. Alter, der Cheese ist hier mega teuer. Grapes. Uh. Das kriegen wir für über 20 vertickt. Oh, weil ich hier die ganze Zeit das unten aufgeklappt habe. Hätte ich meine Kamera mal einen Tick nach oben schieben. Oh, Grab 16. Ne, das machen wir mal nicht, wa? Ah, wie teuer sind denn hier die ganzen Pferde? Ah, die sind aber ganz schön teuer, ey. Ah, ganz schön frech. Mahlzeit-Kardelle. Oh, ich bin Level gestiegen. Was sollte man eigentlich leveln, Shad? Guck mal hier bei Trade. Uh. 5% Decreased Trade Penalty for Trade Goods. Also, your profits am Markt. 5% Decreased Trade Penalty for Equipments. Ne, ne. Wir nehmen hier schon die Trade Goods. Schon eine gute Idee. Und ich packe hier auch meinen Fokus rein. Und ich packe hier auch meinen Attribut rein. Money machen ist erstmal wichtig. Nimm Führung, Peter. Nehmen wir da drauf und danach. Wo ist Führung eigentlich? Da, Leadership ist auch Social. Perfekt. Dann. Äh. Was können wir hier recruten? Ne, nur Crap. Und Arena ist nicht am Stisseln. Also, weiter nach Alsazos. Uh, Looter. Looter. Speed 3,4. Oh, ich hab auch 3,4. Jetzt haben die Speed 4,9. Ach, das nervt mich, dass ich... Ich muss echt schneller werden. You ask around the village if anyone saw Daniria the wronged or some suspicious characters with a young woman. Villagers say that there is a young man and woman came here exhausted. Villagers allowed them to stay here for a while. You can check the area. Search the village. Ja, ich brauche mehr Pferde im Inventar. Ja, das ist, äh, wohl, äh, wahr. Aber ich wär euch... Sieht so aus, als wär er da was. Halloa. Freunde. Kann ich absteigen. Muss ich gar nicht. Ich kann so mit dir reden. Who are you? Oh, bist du einer dieser Bounty Hunters von Amnon of Onnika? Ja, genau so einer bin ich. Ja, wir haben nichts Falsches gemacht. Wir lieben uns. Ich hab ihr zu nichts gezwungen. Ja, das ist richtig. Ich bin mit ihm aus eigenen Stücken weggerannt. Ich liebe meinen Vater. Aber er ist so ein Tyrann. Und wenn du in Frieden und Liebe glaubst, lass uns in Ruhe. Äh. 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 Er ist halt auch... Guck mal, dieses ist aber auch eine echte Schönheit, muss man sagen. Woher weiß ich denn, dass er dich nicht dazu zwingt, das zu sagen? Ich liebe ihn wirklich. Ich will den Rest meines Lebens mit ihm verbringen. Ja, aber ich hab deinem Vater da schon so ein Versprechen gemacht. Ja, er wird sehr traurig sein. Äh. Weil er mich jemandem anderen versprochen hat. He cares nothing about me. Ach ja, jetzt so. Ja, jetzt so, ne? Jetzt muss ich hier auch noch so eine Kacke machen. Ich will... Okay, ich kann jetzt mit ihr diskutieren, ne? Sie will nicht mitkommen. Sie sagt so, hey. Hey, ich liebe ihn wirklich. Mein Vater will mich nur verkaufen. Beziehungsweise hat mich schon jemandem anderen versprochen, der wahrscheinlich dann irgendwie Geld mitbringt oder sowas. Deswegen... Ich will nicht nach Hause. Ich kann dir jetzt sagen, Alter. Alter. Willst du... Ne Leiche heiraten? Weil ich werde deinen fucking Liebhaber killen, wenn du nicht mitkommst. Das steht hier unten. Ja. Dann kannst du sagen, ja... Ich glaube nicht, dass der Typ wirklich dich über die Jahre lieben wird. Ich kenne jemanden... Oder wenn... Ich sehe einen Schlawiner. Ich erkenne einen Schlawiner, wenn ich ihn sehe, so. Ja, bla, bla, bla. Vielleicht hat dein Vater diese Pläne gemacht, weil er dich liebt. Was soll ich machen? Vier. Vier. Ihr seid schon böse, oder? Ihr seid schon böse. Machen wir vier. Ineffektiv? Ich glaube nicht so. Jetzt ist zwei weg. Was soll ich jetzt machen? I see a rogue when I see... Äh, nee, I know a rogue when I see one steht hier. Drei. Success. Jo, ist richtig. Jetzt haben wir nur noch eine Möglichkeit. Ineffektiv. I don't think so. I will not abandon my love, sir. Ja, ist nicht so, als wenn du tatsächlich eine Wahl hättest, ehrlich gesagt. Ich bin kein Kind, sir. Draw your weapon, challenge you to a duel. Äh... Wir könnten ihn entweder mit unserer kompletten Armee killen. Oder in einem fairen Duell besiegen. Und ihr wollt... Ja, gut. You bastard. Ja, gut. Ich stelle die für die nächsten Gespräche mal was höher, vielleicht. Ja, das war jetzt so ein bisschen überraschend, ehrlich gesagt. I hate you! You killed him! I can't believe it! I will hate you for all my heart till my dying days. Ja, ist cool für mich. Ihr seht es jetzt in meiner Party sehr gut. Das war wirklich Slapstick, Alter. Holy shit! Okay. Dann haben wir gut gemacht. Auf, zurück nach... Wo war denn? Onika. Da. Auf, zurück nach Onika. Waa! Looter! Wie schnell seid ihr? 3,7? Na, ich bin 3,5. Oh, jetzt will ich auch die 1,6k haben. Richtig scheiß Looter nicht. Also nächstes Ziel ist auf jeden Fall fucking Pferde zu kauen. Ja, ich war gewissenlos, weil ihr so wolltet, Chat. So, hier. Hier ist deine Tochter. 1600. Herbert gained a Skillpoint in Charm. Ich hab durch den Abschluss dieser Quest meinen Charm erhöht. Ich fand auch, dass ich die Situation sehr charmant gelöst habe. Richtig charmant. Muss ich ja wirklich sagen. Guck mal, wir haben jetzt schon 2400 voll gut. Ähm. Hier hab ich irgendwas günstig. Hier hab ich die Oliven, glaub ich, gekauft. Ne, irgendwas hab ich keine Ahnung. Leaf. Scheiße, ich weiß nicht mehr, für wie viel ich diese fucking Grapes gekauft habe. Das sollte man sich merken, wa? Trade. Grapes, 27. Hm. Für 20 hab ich die gekauft. Oh, dann. Gehen wir hier schon mal ein bisschen ab. Ja, wieder alles teuer. Dann reiten wir nochmal noch ein Lycaron. Und dann kaufen wir uns dann im Zweifel Pferd. Oder wir kaufen uns jetzt hier. Kaufen wir uns jetzt was. Buy Products. So, hier. So ein, äh, Mule. Soll ich einfach vier Mules kaufen? Oder solche Midland Palfrees? Warte mal. Wie ist denn da der Unterschied? Midland Palfrees sind fast... Ja, ist viel zu teuer, aber wo soll ich die denn? Die sind überall teuer. Überall ist es teuer. Nee, ich hol mir die zwei auf jeden Fall schon mal. Jetzt haben wir nämlich schon eine Geschwindigkeit von 5,1. Jetzt kriegen wir wahrscheinlich die Boys da nämlich. 3,4. Wir haben 3,5. So, surrender or die, Bitch. Zwei Bowman. Ich bin zutiefst happy darüber. Ein Wald ist natürlich nicht ganz so geil. Gucken wir mal, wo sie sind. Da hinten kommen sie. Meine Soldiers machen sich bereit. Ja, meine zwei Bowman schießen schon mal in die Richtung. Und los! Sehr gut. Ich habe Schaden gemacht. 1.3 Renown haben wir bekommen. Das ist richtig viel. Ja, hier einen Luder nehmen wir mit. Was kriegen wir denn für geile Sachen? Oh, ist Kara gestorben? Kara, kann doch nix. Wir kriegen einen Butter. Meat. Goal. Schuhe. Nehme ich alles. Done. Vielleicht könnte ich die acht Luder da vorne auch noch mitnehmen. Ja, wobei, ne. Die sind irgendwie schneller. Oder eigentlich nach da hinten. Wenn du gegen Luder kämpfst, geh immer auf Sand Troops. Denn erstens verschwendest du keine Zeit. Zweitens, dein Trupp levelt besser. Gegen Luder sterben deine Leute nie. Oh, really? Really? Deliver the herd to Vostrum. Ist das eine gute Quest? Vielleicht. Ich bin der Herbert. Du hast ein Problem. Nach Vostrum musst du zwölf Sheep bringen. Aber dafür kann ich niemanden nehmen. Ja, da kriegen wir schon hin. Und zwölf Sheep kriege ich schon nach Vostrum. Ist alles kein Problem. Ich mache vorher noch kurz hier einen kleinen Ritt nach Lycaron. Aber ich würde dich also da auch kriegen, ihr geilen Bitches. Wenn du noch so Palfree... Nein, hier gibt es nicht die guten... Nein, hier gibt es nur so komische Horses. Horsi Horses. Ich würde euch gerade fragen, for real, warum ich Sheep habe. Ja, ist gut. Wir haben die zwölf Sheep behalten. Wir kriegen 700, weil wir noch ein paar von unseren Grapes vertickt haben. Gucken wir mal, ob wir hier noch was günstig mitnehmen können. Sorry dafür. Käse mit 32 ist zumindest günstiger als überall sonst. Scheiße, ich habe die Liste zugemacht. Und das ist alles sehr teuer. Clay 19 könnte man machen. Hardwood 25. Wool 39. Kann man machen. Dann nehmen wir noch ein bisschen Wolle mit. Oh, das ist aber sehr teuer geworden dann. Nehmen wir so viel Wolle mit. Pottery 48 allerdings. Auf jeden Fall. Warte mal, wir nehmen das Wool wieder weg und nehmen mehr Pottery mit. Hey, nicht Salt. Ja, kaufen wir einfach alles Pottery. Kein Ding. Ich habe hier für die Leute, die später dazugekommen sind, ich habe hier so eine geile Liste von Hennorfen. Kaufen wir die Sachen mal. Jetzt haben wir noch eine Geschwindigkeit von 5,0. Und jetzt müssen wir nach Vostrum. Da. Ich bin noch nicht Vassal in einem Königreich. Ich habe noch nicht genug Renown. Speed 5,0. Alter, Herbert ist mir wieder ein richtig geiles Level gestiegen. Eisen war hier mega teuer, sollte man sich merken. Ich weiß halt nicht, ob sich... Alter, wo reiten wir denn rum? Ah ja, okay. Oh oh, 26 Looter. Ja, ist gut. Hallo! Scheiße, wem soll ich denn das nochmal geben? Moment. Saraclus de Supplier. Dem geben wir mal die geilen Dinger. Aloha Malteser 85. Immer auf 15k Rushen und Pottery in OCS Hall, Pencanic oder da Nustica holen. Hier sind schon die... Hier weiß man schon, was Sache ist. So. 400 Gold haben wir gekriegt. Quests haben wir completed. Oh, Pottery ist hier aber scheiße zu verkaufen. Duffel Grape 26 kann man machen. Machen wir das schon mal weg. Gönnen wir uns noch vielleicht... Auch wenn es teuer ist, die zwei Horsies, weil ich da Bock drauf habe. Und versuchen günstig was zu kaufen. Der Fisch ist hier ja günstig. Okay, aber nicht laut Hennos Liste. Wood Shops sind the way to go. Besser als... Sind solche Shops besser als Caravan? Nicht mehr, nee. Wir haben das System überarbeitet. Oh, Salt ist hier sehr günstig. Salt nehmen wir doch mal mit. Pottery ist hier halt... Auch günstig, aber nicht so günstig wie woanders. Ja, gut. Also meine Caravan bringen mir sehr viel mehr. Wird alles täglich gepatcht. Na gut. Green Hell haben wir nicht vor, zu streamen. Green Hell wollen wir... Als YouTube Projekt weitermachen. Um das irgendwie nicht aufzureißen oder so. Hier gibt es keine Quest mehr. Dann würde ich mal wieder Richtung Poros reiten. Zwischendurch bei den... Dörfern vorbeischauen, was es da so Feines gibt. Oh nein, warte mal. Vielleicht war ein Vostrom hier an einem Arena-Kampf. Oh, was gibt es denn hier? Family Feud. Kills the Relative... Family Feud Chat. Gut oder nicht? Nicht mal. Hier haben wir wieder mehr Leute. Oh, Salt ist hier günstig. Habe ich schon so viel von. Aber 30 ist halt echt günstig. Ich darf ja nicht zu viel mitnehmen, ist mein Problem. Gehen wir noch mal ganz kurz gucken, ob da... Warte, fuck, wie er sich auch Herbert genannt hat. Ja klar. Wie im Video. Das ist mein Speicherstand aus dem Video. Go to the Arena. Ah, keine... Kein Kampf gerade am Start. Na gut, auf nach Poros. 26 ist unser Daily Gold Change. Okay, wir haben 30 Renown. Brauchen 50. Trefft ihr euch für Friendly Feier am 14. Oder streamt jeder von daheim? Oder wie läuft das? Jeder streamt von daheim. Also wir treffen uns virtuell. Deswegen heißt es ja auch Friendly Distancing. In dem Fall. Oder sind 17 Looter. Die wir hier auf jeden Fall wegmachen. Weil wir gucken, für wie viel ich hier den ganzen Stall... Oh, das kann ich aber gut verticken. Pottery allerdings nicht wirklich. Muss ich noch ein bisschen weiter reiten, glaube ich. Machen wir uns hier noch so ein paar Pferdchen. Um noch schneller zu werden. Ja, danke Helbos Welt. Ich hole euch. Ich will aber tatsächlich nicht immer... Ich will nicht sagen... Jo, ich sende Troops. Ich habe ehrlich gesagt mehr Bock, selber zu kämpfen. Aber wir... Nein, ich möchte lieber selber kämpfen. Wo wurde Friendly Feier Distancing angekündigt? Über eine Pressemitteilung? Über unsere Social Media Kanäle? Wo sind sie denn? Oh, da hinten kommen sie. Moment, wir warten. Durch das Send Troops skillst du aber auch Taktik. Können ja... Oh, da sind aber viele. Den Looter haben wir aber weggemacht wie sonst was. Oh, flieht der etwa, ihr Bitches? Momentos, da. Na ja, noch ein Wärtchen mitzureden, oder? Ah, ha, 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 ha. Ich will nicht, dass ihr flieht. Ich will, dass ihr sterbt. Könnte mich jetzt für gewissenlos halten, aber... Die haben es doch nicht verdient zu leben. Ah, ha, 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 ha. Damit müssten wir alle gekillt haben. Das ist vielleicht brutal, ja? Ja, aber das muss sein. Das muss sein, Tansi, ja? Das gibt mir mehr Punkte hier. Deswegen ist das wichtig. Und wir haben tatsächlich niemanden verloren. Wir waren einfach zu gut. Ich habe jetzt 1,9 Punkte in Bekanntheit bekommen. Damals konnte man noch nicht Crap auf YouTube oder Instagram machen, um das zu kriegen. Ich schleppe ja hier noch die ganze Zeit so einen Looter mit. Sehr gut. Das hat einmal gut gemacht. Guck mal, hier unten links kommen immer wieder so... Kommen immer wieder so Informationen. Also die ganze Welt quasi entwickelt sich, während wir hier so fröhlich durch die Gegend reiten und handeln und so weiter und so fort. Immer weiter. Und da werden Könige gefangen genommen und Königinnen und Leute exekutiert und so weiter und so fort. Finde ich schon crazy. Können wir mal wieder ein bisschen verticken, oder? Sword für 39, ja? Ist auch gewinnend. Wool für 52. Pottery für 85. Das ist auf jeden Fall gewinn. Wir reiten aber noch nach Amitathis dafür. Wool, weiß ich jetzt nicht mehr, für wie viel das wir gekauft haben, aber verticke ich mal. Pilgrim's Hood, Junge. Geil. Ne, das will ich nicht verticken. Äh, anziehen mach ich natürlich. Guck mal, das gibt mir mehr Body Armor. Muss ich dir wohl das Ding anziehen. Okay. Äh, Grapes gibt's hier schon wieder so günstig, ne? Die bei Amitathis für 28 vielleicht. Das wär ja schon wieder viel. Grapes für 17. Da nehmen wir auf jeden Fall was mit. Grain für 10 ist natürlich auch nicht schlecht, wa? Nehmen wir auch mit. Oh, shit. Jetzt gucken wir noch kurz, ob hier gerade, nope, hier läuft gerade nix in der Arena. Da gibt's auch keine Quests. Wir haben eine Geschwindigkeit von 5,4. Gucken nochmal, ob wir Troops rekrutieren können. Ja, aber nur so Crap Troops. Und unser Party. Und unser Party. Moin, Multi-Petef 19 oder Multi-Petef 19. Äh, Watchmen können wir aufleveln. Mercenary Scout mit einem Pferd oder Mercenary Guard. So, Rekrut machen wir auf jeden Fall immer zu Fernkämpfern. Äh, Mercenary Scout oder Mercenary Guard? Chat, was würdet ihr mir empfehlen? Guard, Scout, Guard. Guard wird dann zu Crossbow. Ah, ja, okay, verstehe. Dann nehmen wir Guard. Das hat mich überzeugt. Und hier traden wir jetzt noch, genau, jetzt gehen wir noch in den Tavern District. Und verkaufen unsere Gefangenen. So hab ich dann halt gehört. Ne? Guck mal, wir sind schon, wir sind schon eine Stunde 14 dran, Alter. What the fuck? Nehmen wir mal kurz, machen wir mal kurz hier, kurzen Dank. Gut Kick in die Runde. Nehmen, Dank in die Runde für die Leute, die zwischendurch ihren Support hier gelassen haben. Danke schön an Travos96, an El Sokoloko, an Troikas für die Subs, an Venom Splix für 10 Euro Trinkgeld. Vielen lieben Dank, ist jetzt eine Stunde her. Schau euch schon seit den Minecraft Seasons und Adventure Maps und feier euch immer noch, wollte mal was zurückgeben, auch wenn es nicht viel ist. Alter, 10 Euro Trinkgeld ist mega viel. Vielen, vielen lieben Dank. Der wirklich wahre Boss, danke für den Sub. Klonkrieger, 79. Burthush, auch euch, Dankeschön. Luna, Loonlight, zwei Monate schon. Ja, mega gut. Also ich freue mich auch immer wieder, ich freue mich über Leute, die schon echt lange als Sub dabei sind. Aber ich freue mich auch immer wieder über neue Leute, beispielsweise Sabo hat vor einer Stunde gesubt. Komplett neuer Sub mit Prime gesubt, Dankeschön. Nprictor, Dankeschön für die 500 Bits. Der Gijanio, Hanspeter, 395. Fabix, Coke, Tommy, Dankeschön für eure Subs. Jamo, 96. Yannick, Chef, Dankeschön für eure Bits. Assassin, HD. Mr. Profit. Haha, Mr. Profit, Junge, da sehe ich mich. Biti, Headking. Punchline, X. Joker, Hoka. Fallen Dreams. Dankeschön euch allen. Ideas, 5 Euro Trinkgeld eingelassen. Dankeschön. Bist du schon gehypt auf Baldur's Gate 3? Ich bin schreit. Vorsichtig gehypt, würde ich sagen. Ähm, ich würde eher sagen, ich mochte Divinity 2, Original Sin, und ich glaube, das wird sehr stark in die Richtung gehen. Deswegen schon, aber gleichzeitig immer vorsichtig, weil ich, Baldur's Gate 2 habe ich damals nie gecheckt, weil ich zu jung war noch dafür. Das heißt, mir fehlt dieser Nostalgie-Faktor. Deswegen schauen wir mal. Ricochet, 85. Nur noch zwei Monate, dann bin ich schon ein Jahr bei euch. Macht weiter so. Dankeschön für den Sub, für die Verlängerung des Subs. Ricochet auch nochmal Dankeschön für die Bits. Max, Captain Kugelfang, Thuny, Schmandalus, Tinovsk. Dankeschön für eure Subs. Vino, Dankeschön fürs Trinkgeld. Hey, ich bin in der Hoffnung auf ein bisschen Lachen zu deinem Stream gekommen. Meine Freundin hat sich heute nach sechs Jahren von mir getrankt. So, tell a joke. Im Jogtel bin ich nicht so gut, aber ich wünsche dir trotzdem viel Spaß mit dem Stream und sorry für die harte Zeit. Pia hat erstmal Tanzverboten Sub verschenkt. Sehr gut. Danke Pia fürs Verschenken. Kneckenpanzer, Megamezzo, Zeppi, Vino, Abarion, Toruba, Dürer, JNS, Luk, Schottlui. Dankeschön für eure Subs. Dann hat Grimio, hat noch fünf Subs verschenkt. Da muss er jetzt hier aber auch nochmal was da lassen. Indem ich Pete F's in den Chat haue. Ja, das muss auf jeden Fall sein. Alright. Welche Spiele werden heute im Stream alle gespielt? Solche Fragen kommen immer mal wieder. Es gibt den Ausrufezeichen 25H, da bekommt ihr dann die Infos, wer wann streamt. Und ich weiß, dass Zepp nachher noch Final Fantasy 7 Remake spielt. Gehen wir mal hier wieder in-game jetzt, wo wir allen mal kurz gedankt haben. Ups. So ist es auch schön, oder? Oder lieber so. Oder lieber so. Oder lieber so. Aber wer was spielt, weiß ich nicht hundertprozentig. Zepp spielt auf jeden Fall Final Fantasy Remake. Das ist eine Kooperation mit Square Enix, mit denen wir auch das nächste Kochvideo machen. So viel sei schon mal gesagt. Wo wir unter anderem selber Pizza machen. Also ja, das wird glaube ich noch ganz cool. Habe ich noch nicht aufgenommen. Aber ansonsten, Zepp streamt dann von 20 Uhr bis 1 Uhr morgens. Bram übernimmt die Nachtschicht. Weil er von uns der Typ ist, der so Nachtschichten gerne übernimmt. Weil er nachts sowieso immer wach ist. Weil er einen komischen Schlafhütten hat. Und was er spielen wird, keine Ahnung. Und danach übernimmt Christian am frühen Morgen am Samstag. Und was er spielen wird, weiß ich auch nicht. Christian könnte sogar sein, dass Christian auch Mountain Blade spielt. Weil er das aktuell mega geil findet und auch suchtet. Kann aber auch sein, dass er Valorant streamt. Kann auch sein, dass er WoW streamt. Kann ich nicht sagen. B43 kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er Warzone zockt. Kann ich mir aber auch gut vorstellen, dass er Valorant spielt. Weiß ich nicht. Ich habe jetzt tatsächlich auch einen Valorant-Zugang endlich. Aber ich dachte mir, das ist vielleicht nicht so geil, da zu streamen. Weil wir da aktuell so viel streamen. Und einfach nur für die Drops dann hier mega rumzunuben. Weiß ich nicht, ob ich da so eine gute Idee finde, ehrlich gesagt. Deswegen dachte ich mir, ich habe Bock auf Mountain Blade 2. Valorant streamen ja auch noch ganz viele andere. Dankeschön an alle, die jetzt gerade noch subben. Ich werde... Ne, warte mal. Scheiße, jetzt habe ich mich natürlich total verkackt. Warte, das muss ich jetzt noch kurz zu Ende machen. Weil ich vergessen habe, die Liste zu clearn. Deswegen noch Dankeschön an Captain Ardor. Der Typ unterm Dach. Naibuff. Dann hat Teenie auch nochmal 5 Subs verschenkt. Chris F. Also dafür wieder... Bam, 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 bam. In den Chat. Ähm... Left Duty 2,50 Euro. Trinkgeld da gelassen. Dankeschön, Left Duty. Hen 15. Dankeschön für den Sub. Und Zakat 94. Vielen lieben Dank für den Sub. Speichern wir das Spiel. Crash doch immer mal wieder. Funny Story. Bei mir noch nicht einmal gecrashed. Und ich habe auf dem anderen Spielstand... Irgendwie 15 Stunden oder so. Deswegen fand ich auch ganz witzig. Dachte mir heute auch so... Boah, mal eher schlafen gehen. Sehe ich so, dass ihr 25 Stunden streamt. Und ja, ich kann mich vom Schlaf verabschieden. Haha, bin seit 10 Uhr dabei. Cinnamarie. Ey, geil. Ziemlich witzig. Das finde ich aber... Finde ich aber krass. Weil wir so unterschiedliche Sachen zocken. Dass ich mir sehr gut vorstellen kann, dass für manche Leute, die Valorant sehen wollen, das hier gerade mega öde ist. Wenn ich das hier spiele. Aber ich finde es cool. Das ist halt so unterschiedliche Geschmäcker und so. So. Peders Fliegengedächtnis sagt ihm, dass er wieder überhaupt gar keine Ahnung mehr hat, was er machen wollte. Ah, ich erinnere mich. Ich wollte zu Amitatis. Und dabei... diese Looter killen. We paused. Wieso stehen die da eigentlich so doof rum? Haben die nur auf mich gewartet oder was? Alter, ich habe 5,5 Speed. Ich bin so schnell einfach nur. Oh. Ja, tut euch zusammen. Ich hätte euch auch beide zusammengekillt. Ich bin so derb am Bannerlord-Suchten, schreibt Mephisto. Ja, gut. Ich teste das jetzt mal mit den Sand Troops. Zwei Leute von mir sind gestorben, oder? Oder missverstehe ich das hier falsch? Ich weiß nicht. Upgrades? Zwei. Kill zwei. Zwei. Ja, ich bin der Attacker. Ich habe 8 Leute gekillt. Aber die Defender haben 2 Leute gekillt. Zwei sind verletzt. Zwei wurden von dir verwundet. Die sind aber nicht gestorben, sondern die sind nur verwundet. Okay. Ja, ich weiß, ich war schon auf der richtigen Seite. Ich glaube, wir missverstehen uns da gerade. Guck mal hier. Ich kann die Imperial Archer upgraden. Einen zumindest. Mega gut. Alter, mega gut. Hier geht es gerade richtig ab. Ich habe jetzt hier so langsam aber sicher voll die Profi-Armee. Für einen Anfänger. Sieht man rechts. Totenkopf, tot. Der braucht ein Schild verwundet. Ah. Danke. Aber wir gucken mal bei Jalmaris vorbei. Oder holen wir uns die hier? Ich bin jetzt langsamer, weil ich gerade gekämpft habe. Deswegen verlieren wir die. Gucken hier noch vorbei. Was wird hier hergestellt? Midlands Palfrey. Ja. Bei Products. Für 120. Das war jetzt, ist teuer. Aber nehme ich mit. Grain 10. Wie viel kann ich denn hier? Kann ich hier irgendwas gut verticken? Nein, wahrscheinlich nicht. Dann. Was habt ihr hier für Quest? Family Feud. Und Deliver the Hurt. To Carl Bansett. Carl Bansett. Wo ist das denn? Karban Bansett. Wird schon nicht so weit sein, oder? Oh, ich kann einfach... Hier, Cara. Mach du das mal. Ich gebe dir mit... ...zwei Rekruten. Ne, geht nicht. Wieso geht das nicht? Ach, verdammt. Tier 2 Troops sind nötig. Ja, dann gebe ich dir zwei Watchmen mit. Cool? Cool. Seid gegrüßt, eure Lordschaft. Dankeschön, Pfeffy. Pfeffy for Life ist wieder back. Okay, lief. Jetzt haben wir nur noch 15, wa? Egal, die Elver Looter kriegen wir da trotzdem. Oh! Wir sind noch mit Waren jetzt... Ah, jetzt gibt's richtig... Jetzt gibt's richtig aufs Maul, Junge. Die... Jetzt geht's ab. Aber wo sind die Looter? Da vorne sind sie. Oh, scheiße. Ich hab daneben geschlagen. Boah, das ist gerade ein ganz schönes Gemäse. Wo sitzt sie denn noch? Ich seh sie gar nicht mehr. Ist vorbei, ja. Ja, ich hab 0,5 Uhr reinbekommen. Okay, ich hab leider keinen getroffen, aber... Ist mir egal, war lustig. Das erste, was wir checken müssen. Oh, das Ding? Ah, in der Nacht ist die Arena geschlossen. Okay, aber ich kann traden. Na gut. Müssen wir erstmal hier ein paar Sachen verticken. Oh, Pottery für 68. Das ist ja schon mal was. Grapes für 22. Nee, das ist viel zu wenig. Ich muss die hier... Ich muss die Sachen mal langsam loswerden. Fur für 35. Alter. Das ist doch jetzt hier alles belastend. Ich kann nicht so viel mitnehmen. Hm. Ich verreite mal kurz nach Amitathis. Aber ich hätte einfach noch ein Pferd kaufen können. Wäre auch smart gewesen, ne? Muss man zugeben. Und vielleicht kann ich hier den Scheiß ja besser verticken. Pottery für 75. Ja, da sehe ich mich doch. Alter, Pfeffer. Alter, das ist ja jetzt, äh... Grapes kriege ich... Ich werde die fucking Grapes nicht los. Das ist doch scheiße. Alter, mittel und Pornfries nehmen wir doch mal ein paar mit. Da kann ich doch auch mehr, oder? Aber nicht viel mehr. Damit bin ich primär nur schneller. Egal. Schneller ist ja auch schon mal gut. Für 95 ist so witzig. Okay, wir gehen noch mal zurück, wa? Stimmt, die Graps kann man gut essen. Wir gehen noch mal hier nach Yarmairis zurück. Kaufen so viel Föhr wie geht. Und reiten dann nach Lycaron. Glaube ich. Oder Poros. Da, so, dass wir das aber richtig gut verticken können. 25 Stunden Stream und die spielen nicht nur LOL. Ja, gut. Okay, wie viel Föhr habt ihr denn überhaupt? 23 noch. Ich kriege ja sogar alle mit. Die verkaufe ich, glaube ich, einfach direkt wieder bei Amitathis. Was soll ich die bis nach Lycaron schleppen? Öl 55. Kanzler Lycaron für 114. Capacity extended. Ah, die haben keine Mules hier. Ich muss mir mehr Pferde kaufen. Ich hoffe, es sind voll viele Pferde. Ah, warte mal. Zurück. Die Arena ist jetzt... Ah, Joint Detournament. Wir können wieder ein Tournament mitmachen, Leute. Ich sehe mich da. Okay, vier gegeneinander. Ne, da bin ich gar nicht dabei. Da bin ich auch nicht dabei. Da bin ich dabei. Alter, Vlandian, der Caravan Master, ist auch dabei. Join. Okay, ihr gegeneinander und wir gegeneinander. Da sehe ich mich. Oh, oh. Ja! Hau ihn weg! Ich habe den Caravanenmeister besiegt. Mit dem Schwert-Headshot. Fühle ich mich schon mal gut. Was gibt es denn eigentlich? Armored Beer Skin. Okay, sehr gut. Skip round. Skip round. Let's do that again. Ne, ne, ne. Nicht alle auf mich zu rennen. So ist gut. Oh, oh. Ja, kämpft ihr gegeneinander. Das ist fair. Komm, ich helfe dir. Okay, jetzt wir. Okay, hier sind wir nicht dabei. Join. Nicht wetten, er wird im Finale verlieren. Ich zeige dir gleich mal, wie ich im Finale verlieren, mein Freund. Wir haben aus Peter ein Monster gemacht. Ja, shit, ne. Also, was soll ich dazu sagen? Tipp kam von euch. Finde ich schon ganz gut. Wenn er wettet, verliert er nur Geld. Da, zack. Fertig. Fertig. Mach's doch nicht so toll. Peter, jetzt musst du auf alle Fette... Auf alle... Ja, okay. Nächstes Mal wett ich. Vorm Finale dann aber, wa? Weil vorher könnten wir noch in so eine 2 vs 1 Situation kommen, die ich dann auf jeden Fall verlieren werde. Wenig ist mehr als nix. Sehe ich genauso. Okay, da wird hier die Herde noch gemacht. Hier, die Looter müssen wir gleich noch abgeben. So. Das ist ein Cape. Achso. Alter, sind wir geil jetzt. Alter. Ist ja mega gut. Finde ich stark. Ich bin auch mega verliebt in Herbert jetzt. Muss ich sagen. Okay, aber wir... Sind wir jetzt hier? Ne, Capacity läuft. Läuft. Lief. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 6,2. Wir sind einfach so fucking schnell. Nächstes Mal machen wir mit Wetteinsatz. Man kriegt dann aber wahrscheinlich weniger, wenn man nur im Finale wettet. Aber ist okay. Kann ich mit... Kann ich mit leben. Trade. Hier für 84, Alter. Die Gewinnspanne ist einfach nur sick. Ist einfach nur sick, Freunde. Ich habe vergessen, wie viel ich Öl gekauft habe. Aber geht bis nach Lycaron. Und ich glaube, die Grapes gehen auch bis nach Lycaron. Okay. Was können wir denn hier schön günstig kaufen? Ist immer noch günstig mit 68. So gut war das Angebot. Da finde ich jetzt alles nicht so geil. Wir müssen mal die Grapes loswerden. Ein bisschen Cash gemacht, wenigstens. Was hat sie denn? Fencing stolen goods. Nee, alles nicht cool. Was sagt die Arena? Giant Determine. Da sehe ich mich doch direkt. Okay, am Anfang immer vier Leute gegeneinander. Okay. Nee, jetzt sind alle gegeneinander? Ah ja, genau. Okay. Oh, ich bin ein Ridder. Hier am Pferd. Finde ich super. Okay, finde ich scheiße. Oh Gott. Jetzt wette ich noch nicht. Das ist mir hier zu gefährlich. Boom, Bitch. Get out the way. Das war vier Damage. Ah, Freyheit. Oh, ho, 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 ho. Hab ich den weggerotzt, die Sau, ey. Oh, ich hab dein Pferd gekillt. Das bitte nicht aus dem Konkret... Kon... Kon... Aua. Nee, nicht auf mein Pferd. Das ist unfair. Guck, ich... Hör mal geholfen. Das war zwar nicht mein Team, aber ich hab trotzdem geholfen. Aua. Mein Pferd macht weiten Abgang. Okay, ich muss meinem Team-Head helfen. Dö, 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 dö. Okay, ich hab daneben geschlagen. Aber jetzt helfe ich meinem Team-Head. Okay, ich hab daneben geschlagen. Ich helfe meinem anderen Team-Head. Kein Problem. Alter, wir werden auf jeden Fall als Gewinner hier rausgehen. Oh, nein, mein Pferd ist down. Nein, 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 Hilfe! Das war nix! Ich renne weg. Ja, nice. Aber wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Einfach eine Maschine. Was kriegen wir eigentlich? Einen geilen, langen Speer, Junge. Da seh ich mich. Noch bett ich nicht. Das ist mir zu gefährlich bei 2&2s. Oh, das war ein Headshot, oder? Komm. Sag mir nicht, der Held hinter mir ist gestorben. Nein, wollt schon sagen. Okay, 2&2s. Jetzt haben wir nämlich die unglückliche Situation. Werd ich sterben. Oh! Back in Business, Freunde! Yes! Nee, ich bette immer noch nicht. The comeback was real, Junge! Ich wette erst beim Finale. Aua. Aua. Jetzt wette ich. Ich kann nur 150 setzen, Chat. Deswegen jede Runde wenden. Okay, habe ich jetzt verstanden. Habe ich jetzt verstanden. Jetzt mache ich mal kurz den da vorne weg mit meinen High Skills. Guck mal, mit der Frisur, äh, Frisur. Guck mal hier. Ich will nicht schnack dir die Haare weit, Freund. Oh ja, jetzt habe ich den langen, feinen Speer, Junge. Gucken wir doch mal ganz kurz hier in unser wunderschönes Inventory. What the fuck? Der macht ja weniger Damage als mein Ding, oder? Hat geringer Speed, macht ein Damage mehr. Er ist länger? Er ist länger halt. Die Länge zählt. Er ist halt lang. Okay, ja dann. Okay. Er ist what she said, genau. Nehmen wir. Ja, der ist Tier 5, Junge. Richtig stark. Verkaufen wir den Shit dann noch? Ich hatte hier nach Trade Goods geguckt, ne? Ob hier irgendwas Grünes dabei ist. Ja, nur Öl. Na gut, alles easy. Leaf. Wir sind bei 4000 Gold. Ich wollte nach Lycaron reiten. Wir sind ja mit absolut wahnsinnigen Geschwindigkeit von 6,2. Alter, Herbert ist ein Level gestiegen. Du kannst auch deine Begleiter ausrüsten. Kann man? Ups. Oh, scheiße. Ich hab mal so Huren-Looter am Stisse. Wir haben zwei geile Punkte zu verzeihen. Irgendwie steigere ich Leadership nicht. Wie mach ich denn das? Mentalen High Moral. 57 nicht High. Ich hab keinen Minusmoral. You High sollen das getten. Ja, ich hab immer noch nicht die ersten Level hier geschafft. Ab 80 Moral Level zu leveln. Was muss ich denn machen, damit die 80... Muss ich hier 1000 Tonnen Bier am Stissell haben, oder was? Du musst Fokus-Points darin, wo du schneller leveln bist. Ja, das weiß ich sogar tatsächlich. Ich bin mir aber nicht sicher, wo ich schneller leveln bin. Ich glaube, ich will Trade schneller leveln. Ich will mehr Cash haben, ist so mein Ding. Aber... Ich weiß auch nicht, warum ich das gerade gemacht habe. Aber ich will auch natürlich ein bisschen hier normal One-Handed lernen, ne? Also, das wäre vielleicht auch nicht so schlecht, das mal ein bisschen zu leveln. Ich ober-Dulli, da hatte ich noch keinen einzigen Punkt drin. Stuart, OP. Oh, Looter! Oh, was habe ich jetzt gemacht? Bin auf irgendeine Taste gekommen. 4,9? Das habe ich gleich. Bäh. Ja, gerade ist der 25-Stunden-Stream. Wollen wir mal unseren langen Stab raus? Oh, der ist durchlöchert. Oh, der auch. Alter, wie lange ist dieses Ding? That's what she said again! Ah, hier nehmen wir noch mehr Prisoner mit. Ah, hier so einen geilen, geilen Hammer. Haben wir uns auch noch gesnackt von den Boys. Ach, komm, wir gucken noch mal kurz bei Tavea, Tavea, ob es da noch eine Quest gibt, die relevant ist. Oder ob wir richtig gute Truppen nehmen können. Nein, wir können mittlerweile 23 mitnehmen. Woran, wie erhöhe ich eigentlich mein Truppen-Limit? Boah, die sechs Looter können wir auch noch mitnehmen. Oh, wir haben die Quest beendet. Mega gut. Clan-Level. Sehr gut. Soraya, die. Drück mal X, wenn du auf dem Pferd sitzt, dann hältst du den Speer wie eine Lanze. Ich fürchte nicht, du brauchst dafür Special... Warte mal, vielleicht kann ich dir das jetzt sogar gerade kurz zeigen. Du müsstest da stehen, wenn das geht. Meiner Meinung nach. Was ist in der Party gerade los? Attack. Bowman nach vorne, damit sie auch schießen können. Da vorne kommen sie schon angerannt. Die paar Luder. Dafür braucht man eine Couch-Lanze. Genau. Find den Namen ein bisschen strange. Aber das wird schon alles seinen Sinn haben. Guck mal, wie die Pfeile fliegen auf die Looter. Da sterben schon die Ersten und jetzt die Infanterie. Und ich mit meinem langen Stab. Boom. Das wäre jetzt schade. Guck mal, Kara ist schon wieder da, Alter. Mega gut. Was ist dein Lieblings-Kühlschrank? Meiner. Ich weiß nicht, was das für ein Kühlschrank ist. Schmackhafte Sechs-Scharten. Ja, das war nicht optimal. Ich gebe es zu. Okay, wie kann ich denn eigentlich meine Leute ausrüsten? Hier. Kara, das Schild-Main. Party? Vielleicht? Kara? Kann ich denn dich ausrüsten? Oder Inventory? Herbert? Kara? Ach, sieh mal eine an. Na ja, keine gute Sachen für sie, ehrlich gesagt. Hammer ist jetzt auch nicht so Premium. Oh, sieh. Chat. Chat. Was will die? Bounty Hunters. Oh, Hideout ist, glaube ich, nicht so gut. Ein Pferd soll ich dir geben? Oh, das ist vielleicht sogar eine gute Idee. Inventory. Kara. Hier, du kriegst auch so ein Steppenhorse. Warte mal, Kai. Moment, eine Sekunde. Nee, wait, das bin ich. Wo ist mein Mew? Da. Ich kann dir einfach nur... Ich kann dir einfach einen Esel geben. Finde ich auch gut. Mal komm, ich gebe dir einen Esel. Ich will wissen, was da passiert. Okay, Trade. 23 Grapes, Alter. Was ist das für eine Scheiße hier mit den fucking Grapes, ey. Kann ja nicht wahr sein. Öl 91, ja, das ist... Nee, das ist immer noch nicht Premium, glaube ich. Dann werde ich die Grapes nicht los. Scheiße, ey. Grain kann ich aber wenigstens gewinnbringend verticken. Öl 91, weiß nicht mehr. Wostrum für 132. Wo habe ich die Grapes eigentlich so günstig gekauft? War das Wostrum? Oder wo habe ich die so günstig gekauft? Oder sollte ich damit mal nach Wostrum reiten? In der Hoffnung, dass ich da die Grapes gut verticken kann. Weiß ich nicht mehr, wo ich die gekauft habe. So was sollte man sich merken in so einem Spiel, wa? Immer schon ganz überliegen. Uuhuhuhu. Uuhuhuhu. Pottery kriegen wir hier wieder günstig. Kommen wir mal so viel. Und wir hatten noch den Hammer, oder was? Ja, den verkaufen wir natürlich auch. Ja, mein Pferd hat jetzt wieder Sattelzeug. Alles gut. Was sagt die Arena? Arena ist nicht am Stüssel. Äh, achso, was sagt hier Truppen rekrutieren? Manchmal kann ich auch schon... Ich habe da schon auch mal gesehen, dass ich so gute Truppen, aber dann nehmen wir halt so Crap-Truppen. Die müssen ja auch gelevelt werden. Oh, was ist hier los? Was ist hier los? Wolltet ihr die Karawane verschrecken? Ich muss die Gefangenen auch loswerden. Good point. Machen wir bei der nächsten Stadt. Aber erst überrennen wir mal kurz die sieben Looter hier, die Loser. Die Looter-Loser. Na, ich probiere auch mal. Da kam mir ja nicht mal ansatzweise an. Oh! Der Hit! Oh, wie köstlich! Oh, wie unfassbar köstlich! Ich lasse meine Infanterie gar nicht los. Wir schlachten sie einfach mit unseren Pfeil und Bogen ab. I don't give two fucks, Junge. Wir werfen da vielleicht mit ihren Steinchen? Ha! Wir schlachten sie! Aber Shift ist Zoom, wäre vielleicht auch nicht schlecht. Wir haben ja mittlerweile acht von diesen Gefangenen. Ist nicht optimal. Cheese 38. Kann man überall für deutlich mehr verticken. Aber Butter auch. Cheese. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Acht Luder. Einer Nacht ist man langsamer, wa? Kommen wir jetzt gerade schnell näher? Boah, Mann! Move! Kann man schon so weit schießen? Habt ihr gerade schon geschossen? Ah, jetzt. Ah. Oh, fast! Ja, komm. Das schicke ich aber auch. Was bist du eigentlich? Bist du jetzt hier Kamilarie oder wieso rennst du damit nicht mehr drauf? Hey, ich bin kein Gewissen, das sind Looter, das sind die Bösen. Ich muss die Bösen killen. Das ist ein Mörderblick von Peter. Hey, was mir hier wieder unterstellt wird, wa? Äh, ich bin jetzt seit 15 Uhr dran, 61. In dem Spiel kann man easy super viel Zeit, äh, einfach verlieren. Ohne Witz, da fängst du das an zu zocken und dann, huch, wo ist denn meine Zeit geblieben? Pottery 44? Ich fühle mich hier von allen verarscht. Ah, der läuft halt nicht so wirklich mit dem Handeln, muss ich leider zugeben. Ich glaube, ich muss mal weiter weg. Ich muss mal hier, ich muss mal weiter weg. Ich muss mal nach sowas wie Fikari oder nach, nach, komm, wir reiten mal nach Wostrum. Schnell, bitte. Hau und klatschen auf dem Weg, ein paar Luder weg. Ach, die Gefangenen. Oh, Chat, ey, wieso erinnert mich mich immer so spät? Das ist übrigens die Musik vom Spiel, wo ich die Frage gerade im Chat lese. Ja, Sepp streamt nach uns, äh, nach mir Final Fantasy 7 Remake. Und ich kann euch sagen, das Spiel ist schon ganz gut. Ich habe Pottery 44, Grapes 21, ich könnt kotzen! Gefangene, dankeschön. Tavern District. Ich habe in Final Fantasy 7 Remake, vielleicht bin ich ein bisschen eskaliert, und hab da jetzt schon so um die 12 Stunden drin. Äh, ja. Und, äh, als jemand, der den Ursprungsteil geil fand, finde ich das auch ziemlich geil. Sind ein paar Sachen drin, wo ich mir denke, so, äh, warum? Also, warum habt ihr das getan? Das habe ich nicht so ganz verstanden, immer. Äh, ein bisschen sonderbare Sachen. Aber im Großen und Ganzen ist das schon ziemlich fucking awesome. Ah, keine. In der Arena ist gerade kein Tournament. Was ist denn hier eigentlich los? Wieso brennt denn das? The village has been looted. Von denen da? Wie schnell sind die so? 2,2. Wir sind 2,7. Ich glaube, die Forest-Typen sind schwieriger zu bekämpfen. Äh, in der Stadt? Wieso denn in der Stadt? Da bin ich jetzt aber gar kein Fan von. Oh, da sind die Arrows. Oh, da sind die Arrows. Oh, da ist jemand am Fliehen. Das war hier eine Scheiß-Situation zu kämpfen, muss ich leider sagen. Ich glaube, da habe ich einige Leute gerade verloren. Warte, war eigentlich... War Kara gerade noch auf dem Esel eigentlich? Scheiß, da habe ich gar nicht drauf geachtet. Warte, kann ich das immer... Wo ist Kara, Junge? Kara, wo bist du? Sag mir nicht, mein Esel ist jetzt hier gestorben. Aber er ist schon ganz schön traurig. Da ist sie! Bist schon majestätisch, muss ich sagen. Wie sie sich hier ganz alleine freut. Ganz hinten. Boah, ein geiler Push-Whacker, Junge. Die whacken richtig hart ab. Alter, wir haben einen Bogen gekriegt. Wie sind eigentlich die Arrows? Ich habe ja auch Arrows hier drin. Wie viele sind da? Da habe ich die einfach unendlich. Kann ich die dann verticken, theoretisch? Alter, was ist das denn? Die sind ja voll gut. Die nicht. Die auch nicht. Alter. Mega gut. Was nehme ich natürlich mit? Arrows sind unendlich. Okay, das heißt, ich könnte theoretisch jetzt meiner Kara... Aber ich weiß nicht, wie die ist überhaupt, was ihre Skills angeht. Das können wir mal ganz kurz gucken. Kara the Shield Maiden hat Bogen-Skills 105. Ja, können wir machen. Ist wahrscheinlich sogar sinnvoll, ihr einen Bogen zu geben. Hier, kriegst du noch Arrows dazu. Zack. Geile Nummer, oder? Bam, Kara. Bist du hier noch fähiger, quasi, als sowieso schon? Ich gebe dir jetzt aber tatsächlich mal ein vernünftiges Haus. Ich habe nur leider keine Rüstung dafür. Musste mal mit klarkommen. Aber ja, wir haben auf jeden Fall auch Leute verloren. So, wo wollte ich denn hin? Nach Danustica. Oh, was ist denn hier los? Hier sind die Looter jetzt aber gerade alle aus ihren Löchern gekommen. Wie ist eigentlich unser Stand? Wir haben schon 45 Renown. Verdient man als Vasall in einem Königreich mehr Geld? Shield Maiden ohne Schild. Äh, good point. Attack! Das sieht so derbe trocken aus, das Spiel. Alter, deine Mutter ist derbe trocken zwischen ihren Freunden. Ja, ist tatsächlich, ist, äh, mit Sicherheit nicht für jeden was. Ich stimme dir dazu. Aber ich finde es geil. Okay, ich habe nur noch 27 Arrows. Alter, der erste ist schon tot. Oh, auf die Entfernung! Ist ja königlich. Kara! Greif an! Ich muss mich da gar nicht groß einmischen. Wir sind einfach so fucking geil. Oh, ich da einfach durchgehe wie durch, Butter. Du hast immer 27 Pfeiler am Anfang der Schlacht. Na gut, dann ist das so. Alter, das hat uns auch 1.2 Renown gegeben. Mega gut. Je schwieriger der Schuss, desto mehr Skills bekommst du. Na gut. Alter, wir kriegen ja gerade so viel Loot. Gut, wieder einer gestorben. Ah ja, traurig. Stimmt, wir haben nur noch 18. Müssen wir mal rekrutieren wieder. Trades. So, jetzt aber hier. Ja, mit euch ist klar. Grapes 28. Ich muss jetzt einfach mal welche verticken. Öl 93. Pottery 41. Pottery 41. Jetzt mal ehrlich. Pottery 41. Pottery? I'm not amused. Alter, hier, Junge. Was sind Dates eigentlich? Sind das Datteln? Harry Pottery? Alter, der Klai ist voll günstig. Voll gut. Salt auch. Wir machen jetzt mal eine richtig weite Händlerroute. Salt kaufen wir richtig viel. Das ist zu viel. Ah, unos momentos. Habt ihr auch noch Pferdchen? Ah, ein Esel für 217. Ist mir egal. Gefangene plus Arena plus Upgrades. Ja, Chat. I got you. I got you. We, we, we do that hier. Ach komm, verticken wir noch Öl. Ich will ein bisschen Platz freilassen. Okay. Taverne. Weg mit dem Dreck. Arena. Ah, Arena ist nicht am Start. Was für Upgrades? Kann ich mal... Ah, hier ist so ein Upgrade. Ich glaube, meine Freundin hat sich ein Käse-Sandwich gemacht. Peter riecht Futter. Peter riecht Käse. Ja, es war. Ist so. Hashtag. Peter nimmt Witterung ab. Was riecht deine Fing-Nasse? Good job, Chat. Good job. So, vielleicht ist das... Aber vielleicht kann ich die Sachen hier auch gut hier verticken. Auch wenn das nicht weit weg ist, ist das ja quasi ein anderes Königreich. Und ich weiß nicht, wie die gerade zueinander stehen. Wieso habe ich 4,5? Ist das so, weil ich gerade aus der Stadt komme oder was? Jetzt haben wir 5,9. Wieso habe ich 5,9? Ich hatte mal mehr. Ey, wer ist denn Adram? Bleib mal hier. Ich will mit dir reden. Hallo, ich bin Herbert. Ich bin Adram. Von Banu Saran. Clan der Aserai. Ich bin Lord von Husenfulg und Razzi. Yo, Bruder. Alles cool, Adram. Walla. Aber was ist Nerezes Folly? The Great Battle of Pandraik. Er ist da drin gestorben. Okay. Okay, kannst du mir ein bisschen mehr über diesen Kampf sagen? Es war nie ein prouder Moment für den Banu Saran. Der bravesten und der größte Violenten Sohn unserer Clan, Nimrel, led of a large group of Aserai warriors to fight for the Empire, for gold and glory. I went with them. We saw the Bataraian Archers come down from the hills. Nimrel was ready. He gave the word. We held our shields over our heads as the arrow went down. Dann kamen die Ritter. Von beiden Seiten wurden wir attackiert. Der Emperor war ganz schön scheiße. Richtig krass betrayed, Junge. Aber Asari hat geholfen. Nimrel ist wiedergekommen. Richtig geil glory. Und wir haben alle gefickt. Geil, dankeschön. I must leave now. Okay, mein Taschenrechner geht nicht. Heißt, Mathe kann ich aufgeben und verbrennen gehen. Sehr gut! Da ist Ragea? Ragea? Kann ich mit dir auch noch reden? Kämpfen die hier gerade? Ist hier gerade sowas wie ein Siege oder sowas? Kannst du mir auch noch was über das Battle sagen? Oh, dein Mann. Du hast einen Mann? Alter, ich wollte dich zur Frau nehmen. Oh, jetzt habe ich richtig geil mit denen gesprochen. Jetzt muss ich noch mit 10 Nobles reden. Ah, du kannst die Tochter von der nehmen. Okay. Oh, hier ist gerade tatsächlich ein Siege. Kennt ihr dieses GIF, wo Homer rückwärts durch den Zaun wieder zurück geht? So müsst ihr mich jetzt gerade euch vorstellen. Die Hecke, ja, meine ich ja. Wir werden jetzt noch Amitatis und wollen da all unsere Sachen teuer verkaufen. Wobei das eigentlich Quatsch ist. Ja, wobei, nee, ist eigentlich nicht Quatsch. Was haben wir denn nochmal dabei? Doch, Clay. Hier, bester Preis, den wir dafür kriegen, Poros eigentlich. Salt, bester Preis, den wir dafür kriegen. Amitatis. Pottery. Amitatis. Nee, Sionika. Wir müssen eigentlich nach Sionika. Und vorher bei Poros vorbeigucken. Ist das Game eigentlich... Hat das Game Multiplayer? Das Game hat Multiplayer. Allerdings nicht, dass du dann die Weltmaps so bereitest, wie wir das gerade tun. So. Sondern so mehr so diese Kampfsituation. Cool. Gibt es eigentlich täglich einen Patch? Also, wie häufig wird eigentlich gepatcht? Die haben schon recht viel gepatcht, oder? Oh, 13 Looter sind natürlich sexy. Ja, außer Sonntag. Jeden Tag. What the fuck? Das ist mega krass. Das ist das, soweit ich weiß, einzige türkische Entwicklungsländer. Hitler-Studio. Was ich kenne. Also, was auch weltweit erfolgreiche Titel macht. Das habe ich ein bisschen erst gelernt, als mal die Gamescom als Partnerland die Türkei hatte. Meine lange Stange ist nichts für weiche Eier. Warte, ich habe den voll am Kopf getroffen. Das waren 14 Damage? Ich meine, meine Stange ist zu lang. Ich kann nicht vernünftig damit umgehen. Ich piekste die so ein bisschen voll blöd für die. Aber ja, sorry. Alle sind tot. Ist der Koop-Modus schon bestätigt? Kann man das... Es soll einen Koop-Modus geben? Ich habe schon einen Ambrust schützen können. Guck mal hier. Ich kann schon wieder Leute hier. Jetzt müssen wir mal wieder ein bisschen... Imperial Veteran Archer oder Crossbowman. Nehmen wir mal den Veteran Archer. Meine Einheiten sind schon Zucker. Sind schon zuckrig drauf. Der eine ist geflohen. Das kann ich nicht zulassen. Das kann ich nicht zulassen. Tut mir leid. Der eine muss sterben. Ja. Ist er auch. Guck mal, wir haben dem doch seine Klamotten vom Leib gerissen. Peak-Sweet finde ich auch nicht schlecht. Ist hier gerade zufällig ein Turnier. Ah, schade. Trade. Okay. Lass mal den ganzen Kram weg. Ist klar. Clay für 30 ist schon mal stark. Clay für 29. Immer noch deutlich besser. Ich habe für 14, glaube ich, gekauft. Also richtig gut. Pottery werde ich, glaube ich, nicht mehr los heute. Salt habe ich richtig günstig. Alter, Salt können wir hier auch richtig gut raushauen. Jetzt bei 37 ist das wieder ein bisschen weniger. Pottery werde ich echt nicht mehr los. Dafür müssen wir nach Amitadis. Kannst Dreck and Drop. Oh, sorry. Sorry, sorry, sorry. Dann habe ich gerade kalt erwischt. Dreck and Drop. Oh, Mann, ey. Alter, Grain 20. Alter, ich kann die Grain für 16 verticken. Na, können wir günstig da oben wieder kaufen. Grain für 16. Alter, Wuhl für 29. Sag, waaaaat. Auf nach Amitadis, Leute. Auf nach Amitadis. Was sagt denn hier? Ja, Wuhl, komm. Wir nehmen so viel, wie wir tragen können. Aber wir kriegen immer noch Geld. Stark. Recruit Troops. Pferde günstig. Pferde günstig. Pferde günstig. Aber nicht die Esel, ne? 100... Warte mal. Wuhl 76 eigentlich. Zoom. Desert Horse 143. Aha, Pferde günstig. Habe ich irgendeinen Nachteil damit? Einfach mega viele Pferde mitzunehmen. Jetzt mal ganz im Ernst. Irgendwann gibt es ein Minusherde. Warte. Haben wir glaube ich noch nicht. Haben wir uns mal ein bisschen gegönnt hier. Kann man auch mal ein bisschen investieren an Geld. Okay. Ich weiß, dass ich noch Begleiter... Ich kann sogar noch Begleiter bekommen, ne? Also wir haben hier eins von drei Companions. Das heißt, wir könnten jetzt auch mal demnächst nachgucken, ob wir in Tavernen nicht noch mögliche Companions bekommen. Peter, spare mal für eine Karawane, sonst gehst du noch pleite aneinander drum. Ja, okay. Jetzt keine Investitionen mehr von hier an. Ich muss jetzt hier nach Amitatis. Wir haben jetzt eine Geschwindigkeit von 6,3 wieder. Kannst du jetzt berittene Bogenschützen machen? Ja, gerade noch nicht. Aber die kommen schon irgendwann. Warte mal, ich zeige euch das. Party. So, hier haben wir die Imperial Trained Archer. Die werden irgendwann hier. Die sind beritten. Die kann ich irgendwann dazu machen. In Zionika wolltest du die Töpfe verkaufen. Ja, danach gehen wir dann nach Zionika, glaube ich. Trade. Pottery für 69. Auch gut. Weg mit dem scheiß Pottery. Wolle für 44. Haben wir gerade für deutlich weniger. So, Salt für 42. Haben wir auch für deutlich weniger. Kriege ich schon wieder 3500, Leute. Die Grapes werde ich einfach nicht los. Es ist, aber gut, das ist dann halt mein Essen jetzt. Ist mir egal, ist mein Essen. Grain kann ich wieder für 10 kaufen, was eigentlich auch ziemlich gut ist. Gönnen wir uns doch mal wieder ein bisschen Grain hier. Für 10. Kann auch mal 100 Grain mitnehmen, oder so. Aber bei einem hier ganz so viel wollen wir nicht. Wir wollen ja noch Platz haben für den anderen Scheiß. So wie Öl beispielsweise. Öl 66. Nehmen wir ein bisschen mit. Oh, Fur. Stimmt. Fur müssen wir gleich nochmal. Ne, Pottery copy jetzt hier nicht mehr. Pottery sucked. Velvet. Cancel it Lycaron für 233. Das kann aber auch voll in die... Cancel it Poros für 229. Steht Velvet hier bei? Ne. Velvet ist gefährlich. Ups. Velvet 112 scheint aber günstig zu sein. Können wir uns auch mal. Gehen wir noch kurz nach Yalmaris. Und dann auf nach Poros. Wir brauchen halt 15.000 für die Karawane. Das ist unser nächstes Ziel. Grüße nach Griechen dann, Sensei. Oh, ich habe tatsächlich die Arena vergessen. Oh, hier ist ein Tournament. Ah, ich habe schon lange kein Tournament mehr gehabt. Let's go. Ja, wow. Der erste ist ja instant umgefahren. Alles gemein. Scheiße. Ich will bei diesen Gruppenmatches nicht wetten, aus dem einfachen Grund, dass ich wahrscheinlich verkacken werde. Jetzt sind wir nämlich in der ungünstigen Situation, dass die Wahrscheinlichkeit ist, dass die Sterbe recht hoch ist. Drei Damage? Ausweich meine... Ah! Das hat nicht funktioniert. Wir haben ein Problem. Ich bin tot. Damit sind wir raus, leider. Du sollst sie doch stechen und nicht streicheln. Ach, so war das. Andrasa der Wrongt. Die hat ja auch ein freundliches Lächeln drauf. Die drei Damage waren auch nur von meinem Pferd. Das ist belastend. Hallo, ich bin Peter. Ne, Moment. Ich bin Herbert. Entschuldigung. Was ist denn? Was ist denn deine Story? Mein Vater war ein Händler in Lycaon. Wir waren sehr reich. Alles war geil. Aber... Aber... Dann gab es die Aufstände. Dann kamen die Guardsmen und haben von unserem Nachbarn das Haus abgebrannt. Feuer ist auch zu unserem Haus rübergegangen. Hat nicht so ganz funktioniert. War alles scheiße. Ich wollte bei meinem Onkel unterkommen. Aber der hat uns irgendwie verraten. Und dann habe ich einen Guardsmen gekillt. Cool. Klingt smart. Oh, 1200... 1002 für Andrasa der Wrongt. Sollen wir die... Sollen wir die mit aufnehmen bei uns? Mit ihren wunderschönen fettigen Haaren. Für 1002. Am Arsch. Komm, pack ein. Jeder braucht zwei Frauen. Mach mal dies gut, hatte ich gekillt. Schuhe Haaren, mach's wie. Alles klar. Jetzt haben wir wieder Geld ausgegeben. Chat, wir haben wieder Geld ausgegeben. Ich dachte, wir wollten sparen. Eigentlich wollte ich gucken... Wie viel ich hier... Ob ich hier FUR kaufen kann. 43 ist ein Witz. 43 ist ein Witz und ich... Mach mir ins Hemd. Tö, t威, 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 t威... Denn ich habe hier andere Sachen, die mir nicht so viel Geld geben. Grain kann ich hier nicht gut verkaufen. Also reiten wir jetzt nach Poros. Men within party size. Wait, sind wir zu viel? Oh, wir sind zu viel. Wieso sind wir zu viel? Ach, weil ich Andrasa de Ron mitgenommen habe. Das ist ja doof. Ja, passt schon. Was ist eigentlich der Sinn des Spiels? Corona Doktor. Corona Doktor. Also stimmt, wir sollten uns mal angucken, was die neue kann. Good point. Andrasa de Ron. Wann hast du für Skills? Alter, die hat 40 auf Rogery. Aber von den Skills hier unten hat die sonst nicht allzu viel. Aber immer noch mehr als Cara. Cara ist unser Surgeon, aus welchem Grund auch immer. Das ist automatisch. Achso, der Sinn des Spiels ist Spaß haben. Warte mal, wir müssen hier. Das bringt dich in der Nacht. Die bringt dich in der Nacht um. Ja, nee, ich behandle die gut. Ich gebe dir jetzt erstmal einen Esel zum Reiten. Hier, viel Spaß. Capacity exceeded. Oh, scheiße, ich muss den Esel zurücknehmen. Sorry, Chris, nichts zum Reiten. Ich brauche die Pferde. Die transportieren Güter. Gib mir Pfeil und Bogen. Habe ich, glaube ich, nicht mehr. Alles einnehmen ist der Sinn des Spiels. Ja, man kann zumindest ein Königreich gründen und so was alles. Okay. Kann ich hier für 92 verdicken? Das ist Welfel. Oh, oh, oh. Welfel 84. Wie viel habe ich denn das gekauft? 55. Ein guter Deal. Weg damit. Wait, das geht echt vom Essen runter? Achso, ja logisch. Öl macht man ja mit Öl. Die macht man Essen. Das ist ein guter Punkt. Grain kann ich hier für 14 verticken. Das sollten wir, glaube ich, machen. Da haben wir auf jeden Fall auch gut Gewinn mitgemacht. Das heißt, wir sind schon bei 7000 jetzt. Aber jetzt warte, können wir noch ein bisschen... Gott, ein bisschen mehr hier. Ein bisschen vert... Oh, ich drücke gerade gar nicht Shift. Ähm... Damit Pottery ist halt immer so eine Sache. Pottery wirkt... Wir nehmen jetzt noch mal ein bisschen Pottery mit für... Amitates 74. Trau ich mich da wirklich? Ja, doch, trau ich mich. Und jetzt reiten wir Amitates, dann wieder nach Yamanis und kaufen da das geile Föhr. Und sie sprachen, er würde über die Felder ziehen und nehmen, was seine Zünfter... Zünften wird gehören. Und sein Name war Pena. Sehr gut. Tipp, steig aufs Klopapiergeschäft. Und auch eine gute Idee. Eine sehr gute Idee. Oh, Joint Detournament. Da sehe ich mich. Oh, alle gegeneinander. Aber alle gegeneinander werde ich schon gewinnen, oder? Alter, Kara! Wie wert, wenn du nicht ganz so krasse Sachen über mich sagst? Hey, kriegst du das hin, oder? Okay, good job, Grün. Skip round, skip round, skip round. 4 gegen 4 ist schon hart. Aber wir haben gerade so viel Gewinn gemacht. Ah, nee, warte mal. Wir wurden... Wir haben das noch nicht ausgezahlt bekommen. Haben wir das schon ausgezahlt bekommen? Weil gerade haben wir die Runde ja... Haben wir nur auf die Runde? Nee. Kommst du erst am Ende. Ah, drauf geschissen. Joint. Ich sag mal, wie es ist, läuft nicht. Es läuft ganz gut gar nicht. Das war jetzt traurig. It's a sad, sad situation. Pottery kann ich nur für 54 verticken. Ah, ist immer noch gewinn. Bevor ich hier Grain kaufe. Was nochmal hier dazu? Mr. Absolut, hier ist alles super günstig. I'm crying. Petter und Aime gleich lose how to lose all my money. Gut gewettet. Ja! Pet all, all in. Okay, hier ist Grain auch neu. Aber ich will vor allen Dingen hier FUR kaufen. FUR ist immer noch 43. Und ich kaufe alles, was ich sehe. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah. Tools für 49. Werden gekauft. Oh yeah. Und Grain für 9 auch. Ich hab zu viel Scheiße dabei. Done. Auf nach Poros. Also 6er Looter. Sollte man so 6er Looter überhaupt mitnehmen? Ich hab immer das Gefühl, dass es mega lange dauert, sich mit denen auseinanderzusetzen. Also so 14er Looter. Die bringen dann noch ein bisschen mehr Renown, oder? Peter, kannst du einen kurzen Satz sagen, ob sich das Game lohnt oder nicht? Bockt es. Das ist halt... Ich würde sagen, ja, es lohnt sich. Aber das ist sicherlich nicht für jeden. Na, wo sind sie denn? Da hinten. Los, schießt. Da sind die Bäume nämlich. Guck mal, wie sie sich überlegen. Soll ich schießen oder nicht? Jetzt schießen sie. Ah. Oh, ich hab gehittet auf die Entfernung. Alter, ich bin einfach ein Genius. Oh, mein Pferd ist nicht richtig gehalten. Da, schießt nochmal ein bisschen. Und let's go. Oh. Jesus Christus. Ist mein Zeug. Luck-Shot! Ah, Freie halt. Woher wissen die Leute das denn, Marie? Vor allem, dass du auch Sinner heißt. Klingel schon versaut. Okay, das war gut. Easy hops genommen. Drei Leute haben wir gefangen genommen. Wir haben leider den einen oder anderen verloren. Der eine oder andere ist leider gestorben. Wie ist aktuell unsere Aufzeichnung? Wir haben Fernkampfeinheiten. Ein paar. Ich glaube, wir haben weniger Nahkampfeinheiten aktuell. Deswegen passt das schon. Alter, guck mal, wie viel Loot. Wie viel Loot wir bekommen haben. Nimm so 30 bis 40 Looter. Ich habe noch keinmal hier so eine große Armee von Lootern überhaupt gesehen, glaube ich. Grain. Warte, hoffen wir hier für 13. Das ist halt schon tatsächlich ein gutes Geschäft. Tool 208. Oh! Pfeffel 74. Ey, ich muss sagen. Hier, das läuft. Wollah, haben wir jetzt nicht so viel Geschäft mitgemacht. Leider. Leider. Wurden da gerade Subs verschenkt? Falls ja, F auf jeden Fall. Fs an den Subs-Verschenker. Ich komme da. Warte mal, ich muss das mal kurz nachgucken. Das Problem ist, ich muss jetzt immer minimieren. Sekunde. Nigo Live hat Subs verschenkt. Vielen lieben Dank dafür. Und Herzogin Leila hat auch Subs verschenkt. Warte. Dafür gibt es auf jeden Fall Pete, Chris, F ist in der Chat. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch an alle, die den Sub gewonnen haben. Ach, wir haben wieder Hype-Trend. Oder wie manche andere Leute sagen. Ein anderer Train. Okay, wie ist die Lage hier? Pottery, Wohl, 28. Angeblich können wir das recht teuer verticken bei Vostrum. Bin mir aber nicht sicher, ob das stinkt. Pottery haben wir jetzt nicht so viel Gewinn mitgemacht, aber Fur dürfte da hinten halt auch aus sein. Haben wir hier vielleicht Wool gekauft? Um das dann da zu verticken. Ja. Halten damit mal noch Vostrum. So viel. Das ist jetzt hier nicht so geil. Pottery ist halt 54. Kann man schon mitnehmen. Ich weiß noch nicht, wo wir es verticken, aber können wir glaube ich schon verlinken. Nein, was geht ihr ab? Was geht ihr ab? Dazu gegen Leila hat immer mal wieder Noah Subs verschenkt. Vielen lieben Dank dafür. Pete's Me is smashing into everyone. Mal hier. Weiterhin. Chris Ephes. Komm. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt wie immer. Wir sind jetzt seit zweieinhalb Stunden dran. Halbzeit. Wird mal wieder Zeit, mich bei euch zu bedanken. The Rive Dawn hat gesuppt. Dankeschön. Harass hat gesuppt. 15 Monate schon dabei mit einem 24er Sub. Oh, dankeschön. Dankeschön. Silverlight. 2910 hat 10 Euro Trinkgeld da gelassen. Ich schaue euch schon seit Ende 2013 und wollte mich mal für eure Videos bedanken. Vielen lieben Dank für deinen Support und für dein Trinkgeld. Shedda 01 hat gesuppt. Viserion Swiss. Gavin der Ulo. Royal Noctics. Dankeschön. Landos hat 100 Bits da gelassen. Dankeschön. Redoxi hat 15 Euro Trinkgeld da gelassen. Vielen lieben Dank. The Gamer GRNK. 17 Monate schon dabei. Hat seinen Sub verlängert. It Rise hat gesuppt. Shorty. 5 Euro Trinkgeld. Dankeschön. Waldbanditen nicht verkaufen. Lass die zu dir überlaufen. Machst du einen geilen Reim oder was? Einer der besten Bogenschützen, die es im Spiel gibt. Du kriegst Leute dazu, wenn Verwundete heilen. Okay. Waldbanditen. Merke ich mir. Domino Berlin hat gesuppt. Bussle. Lord Food hat gesuppt. Nothing to do. Mr. Zobel. Schon 23 Monate dabei. Sub verlängert. Dankeschön. Captain Mega hat gesuppt. Hero Hunter 31. 1 Kukuz. Ah ne. Der hat geschenkt bekommen von Nigo Live. Genau. Nigo Live hatte ja einige verschenkt. Herzogin Layla hat auch einige verschenkt. Klaus-Peter 7 hat gesuppt. Dann hat Assassin HD. Er hat 170 Bits da gelassen. Vielen lieben Dank. Psyk hat gesuppt. Etua 1900 hat 200 Bits da gelassen. Dankeschön. Dann hat Nigo Live nochmal fünf Subs verschenkt. Lorelei. Dankeschön für den Sub. Tavoxatropin Sound. Dankeschön für den Sub. Meins Deins. Das sind doch bürgerliche Kategorien. Ja, genau. Captain Mega. Zernu und Michi. Dankeschön für eure Bits. Frick Venom hat gesuppt. Dann hat Herzogin Layla nochmal Subs verschenkt. Endless Crafter hat gesuppt. Jubil, Bosa, Präso Düm hat einen Sub verschenkt. Malvorion. Ne. Dark Tobi hat einen Sub verschenkt. Counter God hat gesuppt. Dextermann. Assassin HD. Fizzen. Nochmal Dankeschön für eure Bits. Nigo Live hat nochmal fünf Subs verschenkt. Oh, da waren aber die Gönner heute richtig am Start. Da gibt es aber nochmal richtig die Fs in den Chat. Jodge hat auch nochmal zwei Subs verschenkt. Und Lars ist, Dankeschön, 23 Monate schon Sub bei uns gewesen, hat den Sub verlängert. Vielen Dank für die jahrelange Unterhaltung. Dankeschön. Das ist sehr lieb. Dankeschön. So, back to the game. Nein, Twalock hat noch einmal gesuppt. Gepriesen sei die Lordschaft. Herbert Hunden sagt, schöne Ostern euch allen. Wünsche ich euch auch natürlich ein schönes Osterwochenende. Auch wenn die Umstände halt vielleicht den einen oder anderen ein bisschen zu schaffen machen. So mit, ich kann auch nicht meine Familie sehen und so. Ich werde so wie die letzten Wochen auch Ostern in dieser Wohnung verbringen. mit meiner Freundin zusammen. Taki 91, Dankeschön vielmals für den Sub. Honey? Ja? Hast du eigentlich dir vorhin ein Käsesandwich gemacht? Nein, das ist kein Sohn. Sondern? Ich habe dich durchschaut. Ich habe es gerochen. Achso, ich kann... Ja, sie wollte mir eigentlich auch eins machen, aber ich bin ja leider am Arbeiten. Deswegen ging das nicht. Nee, ich möchte keins. Danke, alles gut. Ja, ich trinke jetzt hier mal Wasser. MapleTV, Dankeschön auch noch einmal für die 100 Bits. Ja, ich circle gleich um die Freundin. Ja, genau. Guck mal, Gubbel, Gubbelmeister. Ich bin in Neuseeland und komme nicht nach Hause. Das zackt ja richtig hart. Da habe ich jetzt auch schon so einige schreckliche Storys gehört von Leuten, die nicht wegkommen. Am schlimmsten ist wirklich so, wenn du quasi am Flughafen festhängst, aber auch nicht raus darfst, aber auch nicht nach Hause kannst. Habe ich jetzt auch schon gehört. Mega schrecklich einfach. Schrecklich. Nothing to do. Dankeschön noch für die 10 Euro Tränengeld. Hey Peter, hier ein kleines Dankeschön. In der PS gibt es die DS3 Streams Folge 8. Ich spiele das Spiel im Moment mit euch zusammen durch. Ich habe keine Ahnung, wie viele Streams wir dazu gemacht haben, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich weiß, dass der letzte Stream bin ich am Endboss vom letzten DLC verzweifelt. Und danach haben wir nie wieder gestreamt. Dankeschön, Braunl Dump noch und Etua für die Bits. Etua 500 Bits, vielen lieben Dank. Wir müssen Money machen, Leute. Ich lese hier zwischendurch immer mal wieder was von Green Hell. Ähm, ja. Das, wenn ich das richtig gesehen habe, kam ich jetzt auch schon die zweite Folge recht gut an. Und das machen wir erstmal weiter. Das ist natürlich auch ganz cool. Macht uns auch, äh, richtig viel Spaß. So, wie war die Situation hier? Das haben wir uns nochmal geholt. Achso. Wir sind in Poros und haben, was haben wir denn gemacht? Haben wir Wood und Pottery gekauft? Das sind ja keine guten Dinger hier. Haben wir hier Wood und... Green Hell kommt nicht als Stream. Green Hell ist ein Videoprojekt. Das wollen wir nicht, äh... Da wollen wir das nicht so durcheinander bringen. Jetzt wollen wir hier die Prisoner noch loswerden. Habe ich hier auf Poros... Wo habe ich das Pottery her? Wo habe ich das gekauft? Hier ein Poros doch, bestimmt. Einfach mal nach Lykaon. Ich kann doch gar kein Königreich gründen. Wie ist eigentlich unsere Situation? Unser... Quest. Wir brauchen noch ein Renown und... Spielst du noch was anderes in deiner Zeit? Ist nicht der Plan, nö. Also, das ist hier so ein Spiel, das kann man gut... ...5 Stunden am Stück spielen. Nur ein Problem. Oh, die Preise hier sind ja noch krasser. Das ist natürlich hardcore belastend. Grain kann ich hier gut verticken. Alter, 16. Holy shit. Das muss ich mir merken. Cheese kann man hier gut kaufen für 31. Clay für 14. Richtig gut. Als ob ich das bei Poros für 30 verticken kann. Hardwood für 19. Oh. Oh, kurz die Typen da weg. Tag. Ah, das ist ein Crossbow-Typ. Der kann jetzt schon schießen. Irgendjemand hatte das vorhin auch schon gesagt. Ah, fast. Mal jetzt nicht meine Stärkste leisten. Ich kann besser mit der Lanze umgehen. Ich werde euch zeigen. Da! Zack. 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 Weggemacht haben wir sie. Ganz ohne Probleme. 1,4 Renown haben wir dadurch bekommen. Was bringen mir eigentlich die Empire-Pasants? Jetzt mal ernsthaft. Ich kann die eh nicht mitnehmen. Tutu-lut-lut-lut-lut-lut Wait, ich kann 48 Leute mitnehmen? Okay, ich kann die Empire Passants mitnehmen Aber was bringen die mir? Ah, Nigu live hat nochmal Subs verschenkt Ja, puh Kanonenfüller Ich klicke mal rechtsklick drauf Ne geht nicht, warte mal Ich kann hier nicht rechtsklick drauf drücken, scheiße Werden ganz gut crossbow, man Kann man die Peasants wirklich weiterentwickeln? Ich kann die ja mal mitnehmen, theoretisch Oh, jetzt verstehe ich das System Ich kann die ja immer noch loswerden Hey, wieso geht das nicht? Ich drück rechtsklick Da geht's Warte, da geht's auch Bei den Peasants geht's nicht Ich glaube, ich kann Peasants einfach gar nicht weiterentwickeln Doch, kann ich Okay, dann kann ich mir ja Watchmen angucken Ne, ich habe keine Watchmen mehr Das geht erst nach dem Aufstieg Okay So, wir haben Jetzt tatsächlich ein höheres Clan-Level erreicht Ja, wir sind nämlich jetzt Clan Tier 1 Und können damit Vasallen werden Dafür müssen wir aber überhaupt jemanden treffen Alter, Imperial Equid, Junge Jetzt geht's aber richtig rund Also, da brauchst du Tier 2 Ah, ne, stimmt Ich kann Mercenary werden Ich entschuldige mich Ich kann Mercenary werden Warte mal Was habe ich dabei? Pause für 34 Pause für Wisst ihr, wo ich noch nie war? Ich war hier noch nicht Gehen wir doch mal da Nein, gucken wir mal, ob ich da die Sachen gut verticken kann Forest Bandits Oh, die sind aber schnell Naja, jetzt ist kein Bock drauf Naja, das ist keine Quest, die ich machen will Trade Erstmal verticken wir den ganzen Kram natürlich wieder Alter, Grain ist hier ja mega günstig Okay, Grain 9 Sehr gut Grapes Wohl 46 Das ist gut Powdery 64 Dürfte auch ein Gewinn sein Grain kaufen wir hier nochmal Wie wir übertragen können Hardwood 34 Müsste auch ein Gewinn sein Wenn ich mich recht entsinne Haben Wir gerade Alter, Clay für 10 Komm weg damit Oh, ich habe super viel Clay Ich habe eh schon viel Clay Ah, hätte ich mal Clay besser hier gekauft, ha? Oh, Tournament Ja, join Aber wir sind mit Kara the Shield Maiden in einem Team Ja, dann kann er ja nur gut werden Join Nee, das ist unfair Kara, mach was Kara Heute noch Kara Kara Sehr gut, Kara Ausgezeichnete Leistung Wir sind wieder mit Kara im Team Ja, da sehe ich mich doch Aua Das war Kara Okay, ihr seid verwirrt Das kann ich zu meinem Vorteil nutzen Ich muss das Pferd abschlachten Ja, sehr gut Pferd down, Pferd down Okay, Typ down Okay, wir haben gewonnen Tut mir auch leid, um das Pferd Muss ich ganz ehrlich sagen Okay, ich bin wieder mit Kara im Team Let's go Let's go, let's go Wir können das schaffen Kara, mach keinen Scheiß jetzt Kara Was habe ich gerade gesagt, Kara? Was habe ich gerade gedacht? Kara Kara, was habe ich gerade gesagt? Was ist das denn, gegen Kara kämpfen? Was ist das denn, gegen Kara kämpfen? Okay, wir sind ein gutes Team Aber du bist tot Hahaha 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 Und wir haben da 1500 bekommen War aber stark War aber stark von mir Muss ich mich auch mal selber beneisen Stark wieder gecirckelt Die Circle Taktik ist einfach Circle Taktik, die läuft Ist einfach so Wann habe ich denn da gerade Feindes gekriegt? Wenn ich fragen darf Ich habe ja noch voll viel Shit Kann ich sofort auch nochmal verticken Ein geiles Geiles Schwert Kann ich ja mal Kara geben Hahaha Ist Kara überhaupt noch am Start? Ja Klay 7 Ja Terran District Jetzt müssen wir die Gefangenen nochmal loswerden Back to the Town Center Inventory Kara Du hast gerade gut gekämpft Nimm dieses fantastische Schwert Und ich werde jetzt einfach deins verkaufen Weil ich kann So, was habe ich für Sachen dabei? Klay Bei Poros kriege ich angeblich das meiste Geld dafür Klay ist das, was ich vor allen Dingen gerade dabei habe Klay ist das Also reiten wir erstmal nach Vostrum Um da zu checken, wie die Lage ist Ja, ich weiß Ich habe auch noch eine andere Begleiterin Aber die reite noch am Esel Die hat sich noch nicht gut genug bewiesen Muss ich sagen Ich würde mich demnächst mal einem Empire anschließen Gibt mehr Geld beim Killen von Lootern etc Ja, ich habe halt noch keinen Ich habe noch keinen Chef gefunden Ich brauche erstmal 15.000 für eine Karawane Man muss glaube ich Und man kann sich einfach so einem Empire anschließen Also man muss schon Den Leader finden, oder? Klay 15 Ne, das ist scheiße Grain 8 War ja auch scheiße Das ist ja alles scheiße In Vostrum Ja genau, ich habe Ragea da schon einmal getroffen Aber keine Ahnung, wo die Person jetzt ist Ich muss jetzt erstmal so viel Cash machen Da ich 15.000 habe Wenn uns Ragea in der Zeit über den Weg läuft Ist cool Oder 16 Looter Du kannst glaube ich Bei jedem Vasallen fragen Ob sie dich als Sales Sort nehmen Äh Okay Gucken wir mal nach dem Wenn wir unseren Schlitt verkauft haben Wo die sind Welchem Königreich sollte ich mich denn anschließen? Ich bin ja die ganze Zeit Ja die ganze Zeit hier am Kämpfen Also wäre ja wahrscheinlich auch sinnvoll Mich hier diesem Königreich anzuschließen Oh, das sind Sind das Fernkämpfer? Weggemacht Oh, das läuft Oh, ihr zwei wollt jetzt noch fliehen oder was? Aber nicht mit mir Haben wir alle tot? Sehr gut Dem Auenlas Sehr gut Ist komplett egal Ja, ich weiß Drück N fürs Lexikon Dann weiß ich aber Warum soll ich N fürs Lexikon Mal bekommt nicht mehr Minus Das haben sie gefixt Der Beziehungsverlust beim Austritt Der Beziehungsverlust beim Austritt wurde gefixt Das ist ja faszinierend hier alles Bisschen Grain verticken Oh, Clay 29 ist okay Als Mercenary bekommt man nicht mehr Minus als Vasal schon Ja, das ist ja auch sinnvoll Hier nur 2.106 Das Clay ist gerade allgemein einfach mega günstig Grain könnte ich noch ein bisschen mehr verticken Das habe ich glaube ich für 9 gekauft Bin noch nicht ganz bei meinen 15.000 angekommen Leider Scheiß Pottery hier wieder Eigenes Königreich suckt momentan Weil das Game einfach noch nicht fertig ist Vasal bockt am meisten momentan Achso, wir können ja mal gucken Wo Räger ist da Wobei ich da ja gar nicht hin muss, oder? Ich könnte ja auch einfach mich Einem Vasal anschließen Warte mal Ragea Ragea So, Friends Enemies Clan Petros Southern Empire Oh, die ist Ich glaube, die ist gerade gefallen Das ist natürlich ärgerlich Angriff Clay 18 Zackt Grain 7 auch Oliven 23 Ist potenziell recht günstig Danke Dankeschön Danke Ich will mal wieder wissen, ob oben Deswegen bin ich eigentlich hier in oberm Weg Warte mal, wir gucken mal ganz kurz Arena Ne, läuft nicht Wir gucken Wir können ja eigentlich noch Truppen Ne, hier aber nicht so geil finden Die mich nicht Das ist voll schwierig, die Leute aufzuleveln Glaube ich, dass die mich geil finden Ohne Witz Das dauert echt lange Alter Yolanda De Wanderer Junge Wollen wir unsere Haare mehr weitern Ich bin Herbert Wie ist deine Geschichte Ja, meine Familie hatte Schulden Also bin ich der Armee beigetreten Ich fand Männerarbeit eh immer geiler als Frauenarbeit Die Legionen haben Bergfrauen als Scouts genommen Aber ich war nie so der Ich verstecke mich Typ Ich war mehr so in der Sperrlinie Ich habe mich immer als Mann verkleidet War nicht so schwierig Männer sind dumm Aber du weißt ja was passiert ist Lord Nerezes hat die Legionen in den Tod geschickt Ja, natürlich ärgerlich Ich habe jetzt noch ein paar Jobs über Händler 1500 für Yolanda Sehe ich mich Unser Haareim Läuft bei uns Ja, Yolanda Was kannst denn du Du bist jetzt nicht die Beste aller Zeiten Oh, du siehst Ihr seht euch alle noch ein bisschen ähnlich Muss ich sagen Upgraden wir mal wieder eine Runde Ich bin mir nicht sicher Ob Crossbowmen besser sind Oder Veteran Archer besser sind Plotwist eigentlich Drillinge Das wäre natürlich belastend Stereotyp bei Peter eindeutig erkennbar Arena war nicht am Start Ne, genau Ich wollte eigentlich hier wieder nach Yolmaris In der Hoffnung richtig geil Föhr zu bekommen 5,7 Garios Ne, bei dir will ich eigentlich gar nicht Mercenary werden, glaube ich Oder? Aber ich kann dir noch was fragen Hallo, ich bin Herbert Wer bist du? Ich bin Garioska Rightful Empire of the Ach, das ist der Rightful Empire Typ Oder sollte ich einfach Äh Ja Bisschen Geschichte Oder soll ich den einfach fragen? Ich habe schon neun Babys Hm Ich könnte seinen Service ändern Der suckt Okay, der suckt Okay Jetzt Alle drei behaupten der rechtmäßige Kaiser zu sein Der Typ ist so ein Assi Ne, okay Chat Ist in Ordnung Finden wir nicht geil Bin da ganz bei euch Clay 17 Okay, wie ist die Föhr-Situation hier Föhr 45 Ja, ist schon teuer Aber noch deutlich günstiger Lycaon für 110 Da kann ich glaube ich auch Grainboot verticken Wenn ihr mir jetzt so viel mit Wie wir tragen können So viel So, und haben wir dann 15k Wir werden es sehen Oh, und hier ist ein Tournament John Oh, alle gegen alle Ja, da betten wir doch direkt mal Oh, die kann ich mit X halten Das ist gut Das ist ausgezeichnet sogar Oh, das macht so viel mehr Damage Ich will nur solche Lanzen haben eigentlich Die bin ich am Sack Oh, da wurden gerade richtig viele Subs verschenkt F an den Verschenker Warte mal Wenn ein von denen stirbt Bin ich weiter, oder? Eigentlich sollte ich mich da jetzt gar nicht so groß einmischen Ich glaube, ich gucke mir das erstmal an Oh, Tophie hat die Subs verschenkt Vielen lieben Dank dafür, Oh, Tophie Respekt F in den Chat Ne, jetzt kommt nicht auf mich zu Ne, 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 ne Ne, ne Ne, ne, ne Ne, kämpft ihr da Kämpft ihr gegeneinander Ah, der verfolgt mich, Mama Hör auf, mich zu verfolgen Der kommt mir immer näher Flucht, 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 Flucht Ist der andere zuerst gestorben? Nee Scheiße So sad So sad Ich hab 150 jetzt verloren Deswegen 17 Looter Da sehe ich aber Da steht doch mein Name drauf Kannst du nicht die Kaiserin befreien? Ich glaube, so leicht ist er nicht So Schwach Oh, shit Guckt euch meine Infanterie an Schon geil Ballert sie weg Das wird doch nicht langweilig Muss ich ganz ehrlich sagen Diese Looter da einfach wegzumachen Wird nicht langweilig Sei gegrüßt, Herr Kevlar Du hast Da wurde ein Imperial Recruit gekillt Rache Ja, wir haben einen Toten zu verzeichnen gehabt Ein Recruit Das ist okay Oh oh Äh Haben wir ein Pferd verloren? Scheiße Nur Sachen wegwerfen Belastend Ja, meine Begleiter hatten ja auch noch andere Sachen an Ist dann nur etwas langsamer Ja, gut Zeit ist Geld, wa? Ganz schön langsam Ah, jetzt Immer noch langsam gefühlt Achso, weil ich ja hier auch nicht auf schnell hab Ups Hoppla Eigentlich habe ich ein neues Geld drin Aber das ist nicht optimal mit dem Mikrofon. Das sollte nicht so rauschen. So sollte das Rauschen jetzt weg sein. In der Hoffnung, dass ich nicht abgeschnitten werde. Föhr ist gut. Und ein Grain 10. Das wäre auch mal besser anders. Play 13 ist halt einfach nur ein Witz. Wie viel sind wir dann jetzt? 10.000. Das ist natürlich zu wenig. Ich komme einfach nicht auf meine 15.000, ey. Das ist echt scheiße. Ich habe jetzt aber auch noch sehr viel Shit dabei. Ich muss gucken, ob ich das noch woanders mache. Was haben wir denn hier für Quests? Die suckt. Nee. Okay. Wollen wir mal unseren Kram loswerden. Hier unsere geilen Prisoner. Gucken, ob in der Arena was läuft. In der Arena läuft nichts. Ach nee. In der Key will ich gar nicht rein. Guck mal hier. Wir haben hier... Küraslava Long Knife. Könnte man auch... Äh... Ich bin hier einstellen im Clan. Aber... Können wir glaube ich... Doch, können wir sogar. Alter, unsere Haare muss vergrößert werden. Und dann hat er wieder Geld ausgeben. Küraslava. Was hast du denn zu erzählen? Ja, du machst Männerarbeit besser als Männer. Das habe ich doch schon mal gehört, so was in der Art. 1.200. Deren... Ich finde, deren Bild... In der Stadt war wie so ein Tinder-Profilfoto. Irgendwie besser als jetzt so. Nee. Können wir gerade... Wir müssen... Wir brauchen erst... Wir brauchen erst Geld für eine Karawane. Wir müssen Grain loswerden. Ja. Wir versuchen da Grain loszuwerden. Gucken wir mal, ob Rhaegar mittlerweile irgendwo anders ist. Der Workshop ist nicht mehr besser. Also das wird ja jeden Tag gepatcht. Und jetzt habe ich jetzt... Onira Today. Aha. Wo ist denn Onira? Onira nicht da? Nee, das ist Onika. Warte mal. Onira. Track. Da ist Onira. Ja, dann müssen wir mal dahin. Grain 6. Oh, Clay 9. Ich bin gefickt. Bier ist günstig. Bier ist günstig. Gehen wir mal Richtung Onira. Gucken wir mal, ob wir die treffen. Ja, ich habe tatsächlich schon mal eine Karawane mir geholt. In einem anderen Speicherstand da war. Das war ziemlich gut. Das hat am Anfang relativ viel gekostet. Aber irgendwann machst du damit extrem viel Cash. Das war schon nicht schlecht. Ich glaube, den Rest müssen wir mal bei Poros loswerden. Gibt es hier noch irgendwas günstig? Flex 10. Hardwood 14. Pottery 38. Cotton 47. Nehmen wir davon mal jeweils mal ein bisschen mit. Für 80 ist es günstig. Ja, das habe ich aber anders gesehen. Okay. Nehmen wir das mal hier schön mit. Checken wir mal die Arena ab. Da ist ein Tournament. Join. Okay, vier gegeneinander. Achso, ich kann nicht betten. Jetzt kann ich betten. Join. Oh. Direkt geturnt. Tja, Yolanda. So wird das nichts. Boah. Da habe ich aber richtig gut. Oh. Mit vier gegen vier habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Aber wir proben. Nope. Aber wir versuchen das trotzdem mal. Ups. Als ob. Als ob alle tot sind. Nur ich nicht. Ja, das wird dann hart jetzt. Ich glaube, das verlieren wir. Jetzt habe ich das Pferd abgestochen. Das wollte ich nicht machen. Das ist für heute. Okay, wie mache ich denn das jetzt vernünftig? Oh shit! Ah, ich bin gestorben! Oh Mann! Ohne Witz, du kannst dich nie auf die anderen verlassen. Wo ist Rage-Dingens? Sesta-Time. Oh, deine Mutter. Ey, ich hätte doch an mir vorbeilaufen müssen. Oh, ich nehmen wir noch kurz mit die Lichter um den Weg nach Poros. Die haben wir mal kurz im Schnelldurchlauf durchgemacht. Oh, guck mal, wir können wieder einen Fokus-Arm verteilen. Wie läuft denn das mit Trade? Oh, mit Trade bin ich schon ganz gut voran. Bei Rage-Ding kann ich mir so weit ausruhen. Deine Quibbers haben drei Stunden. Äh, deine Throne-Werpenstern. Oh, jetzt habe ich... Ah, ich wollte die Quibbers nehmen für den Bogen. Oh, das war jetzt aber echt belastend. Aber ich kann canceln. Oh, geil. Nice. Ah, hier habe ich überall schon so viel drin. You know? Aus Tyrants sollte ich mal nehmen. Ja, 25? Ich kann ja viel mehr eigentlich haben. Alter, hier geht ihr jetzt richtig ab. Alter, wie viel ich gerade befördert habe. Ist ja der Shit. Oh, Mountain Bandits. Wie schnell seid ihr? Fünf... Oh, ich bin schneller als ihr. Oh, da sind jetzt aber einige gewesen. Drei, fünf, fünfzehn. Na gut, da sehe ich mich. Zack. Die anderen sind auf der anderen Seite vom Fluss? Schön auf dem Berg platzieren da. Mit den Boys. Aber da hinten kommen sie. Wollen wir mal, ne? Wollen wir mal ein bisschen Party machen hier. Let's go, Freunde. Let's go, Freunde. Das war's. Nice. War jetzt von mir vielleicht nicht so gut, aber mein Team hat gecarried. Das ist das Wichtigste. Ja, ich bin doch richtig viel beigetragen. Ja, gut. Meiner ist gestorben. Ja, gut. Aber wir haben richtig Moral bekommen. Wir haben richtig Renown bekommen. Richtig gut. Wir haben 400 Gold gesammelt auch. Alla sick. Richtig viel Loot gekriegt. Hä, da sind noch 15? Haben die gar nicht mitgekämpft? Oh, was ist hier los bei Party? Oh, ich kann wieder noch mehr. Oh, wie viele Erfahrungen die immer kriegen. Richtig geil. Jetzt mal vielleicht Verbündete ausrüsten. Könnte eine gute Idee sein. Gucken wir mal, was wir haben. Ich glaube halt, das ist immer ziemlicher Trash, den wir von denen bekommen. Also hier hast du Body Armor 2, Body Armor 2, Body Armor 4, Body Armor 6. Das ist halt so viel, wie ich auch hab. Oder wie die Cara auch hat. Da das lag, das könnte ganz gut. Ah ne, das ist scheiße auch. Arm Wraps. Hat sie auch bessere an. Da hat sie auch halt bessere an. Das ist halt alles, äh, war ziemlich ein Crap, ehrlich gesagt. Hier, die können wir ausrüsten. Ich hätt mich quasi gar nichts an. Haha. Und Pferd könnte ich der natürlich auch noch geben. Aber das wird mir dann wieder hier weggenommen, ne? Herbert hat ein Pferd, Cara hat ein Pferd, Andrasa hat noch keins. Egal, kann ich dann aber immer noch. Alles gut. Aber wir haben ja nur die 3 bisher. Ich hab dir die 14 Pitten, hab ich dann noch nicht mir hier gegönnt. Okay, Trade. Grain für 13, auch immer gut. Bier für 85. Play für 20 ist nicht so gut. Pottery für 69 schon, glaube ich. Und Clay ist irgendwie scheiße. Aber gut, wir haben jetzt 12.000. Das ist auch gut. Arena ist zu. Warten wir mal kurz, bis es Tag wird. Tournament ist da. Oh, ah, ja, das wird, das wird hart, aber ich sehe uns da. Skip round, skip round, skip round, skip round, bet. One on one kriege ich hin. two it, weggemacht, die Sau. Was ist denn mit Essen, Chat? Was wollt ihr mir sagen, mit Essen? Oh, ich bin in der definitiv schlechteren Gruppe. Was wollt ihr mit Essen? Essen? Egal. Du brauchst mehr Nahrung für deine Männer. Nein, brauche ich nicht. Nahrung ist hier voll teuer. Ach, das ist doch schon wieder scheiße. Oh, das läuft gut. Das läuft gut. Ach, das blockst du mich? Ich hätte voll weggeknallt. jetzt zu und zu kann natürlich wieder in alle Richtungen verlaufen, aber da müssen wir mal drauf hoffen. Oh, shit. Wie kann er nicht getroffen haben? Klatsch war wieder hart, Junge. Circle-Taktik laufen einfach, Chat. Muss man einfach sagen. Oh, Sieg im Tournament, Leute. Wir haben die Bronze Round Kettle over Imperial Leather Rüstung für den Kopf gekriegt. Mega gut. MVP. MVP. Guck mal, 16 Tage haben wir noch, um mit unserem Essen auszukommen. Möchte ich nur mal ganz kurz droppen hier, ja? Alter, das ist egal. Das sieht nicht so schön aus. Ja, gut, Herbert sieht ein bisschen dollimäßig aus. Machst nix. Dann schützt trotzdem gut. So, hier war jetzt aber nix mehr Gutes, ne? Grain ist hier teuer, hier würde ich niemals Essen kaufen. Hier ist alles Essen teuer, vor allen Dingen. Alles richtig teuer. Wolle ist mit 29 vergleichsweise günstig. Machen wir mal nach Zionica, ha? Cotton ist auch recht günstig. Pottery habe ich ja eh noch am Stissel. Cotton weiß ich aber nicht, ob ich das wirklich gut vertickt bekomme. Fär ist überhaupt nicht günstig. So, Zionica war hier, ne? Da wollte ich eh hin. Und Jan Maris will ich auch. Aber wen interessiert das Aussehen, wenn man seine Kleidung eh mit dem Blut seiner Feinde nachfärbt? damn right. Da war ein ganz guter Gewinn gerade schon. Clay 19 ist natürlich scheiße. Aber hey. gibt es hier irgendwas sehr, sehr, sehr günstiges. Wein. Kancellet O'Neera für 70. O'Neera ist natürlich super weit weg. für für Pottery, 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 ey. Aktuell alle Pottery. Ich habe das Gefühl, dass hier super viel Leute, super viele Karawanen mit Pottery rumfahren. Nehmen wir hier mal nichts mit. Ich will eh nach die Almaris um wieder einen geilen Ferd zu holen. Ich hoffe, die haben wieder gut und günstig vorbekommen. Wir sind super nah an den 15k, Leute. Komm, wir schauen hier noch mal kurz vorbei, was hier abgeht. Deliver to her to Charas. Komm, das kann doch bestimmt einer meiner Gefolgsleute machen, oder? Halte bitte zu deinen Truppen 1,5 Meter Abstand. Ja, hier, du brauchst ein Problem, genau. Du brauchst Hilfe. Ja, komm hier. Yolana, wird das für mich erledigen. Der gebe ich einfach hier zwei Watchmen mit. Und dann läuft das. Zack. Recruit Troops. Guck mal, wir haben so viele, wir können wieder richtig viele, wir können, 50 können wir mittlerweile. 50 Leute mitnehmen. Aber dann müssen wir halt auch jeden Tag mehr bezahlen. Ja, das ist natürlich dann Clay 19. Das ist doch hier alles. Ich kriege das Clay nicht los. Aber vielleicht Grain kostet hier auch wieder 10. Meat kostet 21. Davon könnten wir einfach ein bisschen kaufen. Wine, bisschen Käse zum Wine, Öl. Komm, wo ist Föhr, 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 253. Immer noch damit Abstand günstigste, aber ganz so günstig, wie ich es im Hinterkopf habe. Tools 52 sind aber auch sehr gut. Müssen wir mal nach Wost rum, hä? Müssen wir jetzt mal investieren. So viel Heiz will ich nicht, das ist mir zu gefährlich. Müssen wir mal ein bisschen investieren jetzt hier. 3000 investieren und wenn wir in Wost rum angekommen sind und zwischendurch einen Zwischenstopp bei Poros gemacht haben, Heiz würde ich auch nicht mehr nehmen, hinterher verstecken die sich Zwischenstopp bei Poros gemacht haben, da müssten wir die 15k haben. Jetzt gucken wir noch mal ganz kurz hier in die Arena. Damn it! Reitet. Reitet wie der Wind! Reitet wie der Wind! Oh, hier habe ich noch so einige Ausrufezeichen. Achso, weil wir ja die Quest angenommen haben. Und bei meinem Charakter ist was? LOL, die kann man auch weiterleveln? Rofelkopter-Freunde! Rofelkopter-Freunde! Oder ist das eins hier? Oder ist das? Die haben ja eine eins hier oben daneben stehen. Und bei Herbert ist da eine Null. Warum ist das so? Das wusste ich selbst noch nicht, obwohl ich das schon so lange spiele, dass man die weiterleveln kann. Ich bin mir auch nicht hundertprozentig sicher, ob das wirklich stimmt, ehrlich gesagt. Ich würde denen mal gerne Focus-Points geben, aber... LOL, ich kann tradeleveln. Oh, LOL! Okay, you pay 20% less wages for Workshops oder for Caravans. Ich nehme Caravan. Erstmal. Done. Stimmt, ich habe eingestellt, dass ich die... Jetzt habe ich schon ein Level gekriegt. Ich habe eingestellt, dass ich die automatisch Levelnasse. Ja, hier am Weg nach Powers die Elf Looter nehmen wir noch kurz mit. Surrender or die. Machen wir dich mal kurz fertig. Attack! Oh, göttlich! Oh, göttlich! Oh, seks! Oh, sorry! Mein eigener Mann. Okay. Ne, das wollte ich nicht. Nein, das wollte ich nicht. Sehr gut! Ich wollte eigentlich sexuell sagen, aber dann war ich so überrascht von meinem Friendly Fire-Angriff, dass ich einfach nur Sex gesagt habe. Required War Horse. Kein War Horse. Das ist ja frech. Haben sie einen War Horse Poros? Ne, haben sie ihn nicht. Ja, doof. So, Linen. Das war eine Lüge! Oh, oh. Was habe ich noch verkauft? Dammit. Was war der zweite, was ich verkauft habe? Cancel. Trade. Nix habe ich, glaube ich, verkauft sonst. Okay. Und den Restkram wollte ich bei Wostrum verticken. Die roten sind War Horses. Woher soll ich? Da steht einfach, da steht nichts von War Horses. War Horses ist eine Pferdeklasse. Okay. Diese, doch da, Horstty War Horse. Müssen wir dann vielleicht doch nochmal einen kleinen Invest machen. Geil. Warte. War Horses müssen direkt eingesetzt werden. Surrender or die. Oh, kurz hier. Ah, kurz die Leute kähen. Ich kann hier gerade Die ganze Zeit richtig krass aufleveln Die Leute Ich muss gleich die Looter mal wieder vertecken Und wieder wurde ein Bauernpöbel Durch den Snuff geknechtet Hallo ich bin ein guter Bei mir fühlen die sich wohl Ich bin ein guter Herrscher Ich hoffe dass ich jetzt richtig Cash mache Das sieht nicht schlecht aus Oh yeah Das sieht nicht schlecht aus Oh yeah Das sieht nicht schlecht aus Oh yeah Das sieht nicht schlecht aus. Oh yeah. Wir haben 15k. Jetzt habe ich genug für eine Karawane. Jetzt. Wo ist das Schiff? Bis sofort. Bis sofort. Bis sofort. Bis sofort. Bis sofort. Bis sofort. Wir holen uns jetzt sofort eine Karawane. Bis sofort. 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 und Kotten jetzt hier gerade kurzfristig für uns die Möglichkeit Cash zu machen. Machen wir nämlich jetzt hier eine ganz billige Handelsroute zwischen Vostrum und Poros. Hold it. Sind die viel schneller als ich? Wir sind eigentlich viel schneller als die. Machen wir auch kurz einen Prozess mit denen. Keiner gestorben von uns. Aber war auch leider nicht viel Loot dabei. Aber wir haben ein bisschen Cash gemacht. Also alles tutti. Uh, die Quest ist durch. Sehr gut. Quest wurde erledigt. Das heißt, wir haben auch nochmal 451 Gold dadurch gemacht. Da kann keiner sterben, weil deren Waffen stumpf sind. Das kann sein. Äh, Daily bezahlen wir jetzt noch 243 aktuell. Ist nicht so leicht, all die Mitarbeiter über Wasser zu halten. Oh, Kotten 83 ist natürlich mega sexuell hier gerade. Hat auch wieder gut Cash gebracht. Gut, wie sieht das denn aus mit Salt hier gerade? Wobei, das kann ich jetzt wahrscheinlich gerade wieder nicht so gut verticken dann da hinten. Aber das war hier trotzdem sehr, sehr günstig. Oh, die haben gar keinen Salt mehr, weil ich das ja alles gekauft habe. Ha! Da hätte ich auch mal drüber nachdenken können. Nehmen wir das erstmal so mit. Müssen wir ja mal wieder ein paar Gefangene loswerden. Ach, drauf geschissen. Einfach alle die paar, die Hillman da. Mitarbeiter. Ja, Mitarbeiter. Oh, wir haben wieder einen Punkt zu vergeben. Wir haben einen Punkt zu vergeben. Denn wir sind awesome. Aus Stuart. 10% more Tax from Villages. 10% plus 1 Influence if Ruler. Hm. Ich weiß überhaupt nicht, wie ich so ein Settlement überhaupt einnehme. Dafür muss ich wahrscheinlich erstmal Vasall werden, oder? Nehme ich mal stark an. Ich meine, ich levele das schon. Deswegen würde ich zumindest einen Focus Point draufsetzen. Bei Intelligenz bin ich gerade eh noch nicht so geil. Können wir auch mal hier auf die 3 erhöhen. Ich weiß nicht, ab wann, ab wann bin ich Ruler? Ich nehme mal Tax Collector. Tax Collector klingt nach mir. Done. Arena? Join the Tournament. Ja, das ist doch immer gut. Oh, 4 gegen 4. Meine Angestellten, meine Mitarbeiter werden sehr sauer sein, wenn ich ihr Gehalt einfach verspiele. Aber damit müssen sie dann leben. Join. Ach, die Scheiße. Oh, ich werde Hardcore auf den Sack bekommen. Oh, sehr gut. Vielleicht doch nicht. Ach, komm! Wait, ich habe gar keine andere Waffe? Doch, ich dachte gerade schon. Alter, ihr habt ihr voll in den Kopf gehauen. Okay, das lief gut. Oh, alle gegen alle. Da sehe ich mich. Das ist cool für mich, wie ihr das gerade handhabt da vorne. Klingt alles sehr fair. Ja, sehr gut. Jolana, du bist schon stark. Aber bist du auch stark genug? Nope. Okay, ich bin mit Jolana im Team. Wir machen das. Jolana, du darfst jetzt nicht versagen. Wieso ist die eigentlich schneller als ich? Jolana? Okay, wir müssen jetzt gegeneinander kämpfen. Die werde ich mal wieder vernichten müssen. Bessere Schuhe. Das Problem ist, ich weiß nicht, ob das ein Witz ist oder nicht. Jolana? Das war nicht der Plan. Ja, so ist es schon besser. Jolana meine ich ja auch. Sieger des Tournaments. Scheiße, wir haben wieder einen Hut bekommen. Egal, den kriegt dann Jolana. Sie hat den besseren Gaming-Stuhl. Müsst du Mountain Blade auch nochmal in einem anderen Stream spielen? Äh, vielleicht. Keine Ahnung, kann gut sein. Headarmor 32. Ja, hier. Jolana, das hast du schon. Wobei, Kara ist mein Favorite. Sorry, Jolana. Dafür kriegst du Karas alte Sachen. Du hast auch gar kein Pferd, wa? Naja. Hier. Kriegst du auch ein Pferd. Ja. Ja. Ist der Stream am 14. schon durchgeplant? Durchgeplant würde ich das nicht nennen. Ja, mit den. Ich könnte Fisch in Poros gut verticken. Pottery sucked. Iron Ore in Poros für 113. Aber das ist schon so teuer hier. Bin ich sicher, ob das stimmt. Danke, Peace. Durch dich weiß ich jetzt, wie ich meine Leute ausrüste. Sehr gut. Okay, hier ist gefühlt alles gerade sehr, sehr teuer. Warte mal, was sagt mir? Fisch ab 15. Naja, das ist ja alles... Grain 10 ist natürlich noch ganz okay. Ich bin krank. Dankeschön, Definitely Not E.G. und Metroid. Guck mal, ob wir noch Quests machen können in den umliegenden Häusern. Und Dankeschön, Mr. Merdan. Warte mal, die machen Primary Productions Salt. Salt 26. Gebt mir mal euer Salt. Leaf. Primal Productions... Danke, Mr. Der Dean und Miss 1 für den Sub. Ihr macht Grain. Ja, Grain 10. Gut, Grain 10 ist jetzt nicht der krasseste Scheiß auf der Welt. Oder macht ihr? Ihr macht auch Salt. Salt. Ich glaube, ich bin mir nicht sicher, ob ich gerade wirklich meine Truppen erhöhen will. Erhöht natürlich hier auch, weil ich täglich zahlen muss. Salt für 26. Alles über 26. Ist gut. Wieso sind eigentlich noch diese Städte markiert? Warte mal. Und Nira markiert hat man nicht mehr. Und das andere war... Sest... Tarnheim. Markiert hat man auch nicht mehr. Trade. Salt für 27. Hm. 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 Wait, Grain for 15? Okay, müssen wir woanders hin. Ist ja kein Problem. Ist kein Weltuntergang. Gehen wir mal nach Lycaron. Vielleicht treffen wir ja sogar hier... Boom und Stingens. Die Herrscherin, wo ist die eigentlich gerade? Oh Gott, irgendwo. Irgendwo am Arsch der Welt. Nehmen wir noch kurz die 5 Looter mit. Ein bisschen Loot. Salt. Und 36 Salt. So, machen wir schon mal so. Schon mal gut. Grain 13. Ein bisschen teuer. Heizen. Das... Das Problem ist, ich könnte jetzt Cotton günstig kaufen. Und das bei Poros... Ja, bei Poros Nerv. Weil Wostrum gut verticken. Aber da will ich jetzt ja gerade nicht hin. Weil da habe ich ja das Salt gekauft. Deswegen reiten wir jetzt einfach weiter. Hier hin. Was? Grain wird hier produziert. Und Clay. Für Kaon. Du wirst ja wohl kaum Salt haben. Was ist hier eigentlich gerade? Wird hier gekämpft? Ist nicht mehr ein Krieg. Danke Nades und Akzinator und Mies. Für eure Saps. Hey, wie viele Looter hier unterwegs sind. Was ist denn los? Wie gebt ihr mir für Salt? 32. Ne, das ist mir zu viel. Ja, aber doch. Passt schon. 32 ist gut. Grain 8. Grain 8. 9. Immer noch. Grain 8. Nehme ich. Dankeschön. Checkit für den Zap. Ich kann schon wieder so viele Leute upgraden. Okay, wie sieht das aus aktuell? Die Karawane kostet 154. Die macht aktuell noch keinen Gewinn. Die muss ich erst noch aufbauen. Die Arena ist dicht. Join the Tournament. Join the Tournament. Es gibt eine Armor. Okay, jetzt alle immer mit zu zweit gegeneinander. Scheiße. Scheiße. Okay, wir sind nicht die letzten. Wir sind... Ne, warte mal. Die kämpfen dann noch gegeneinander. Die müssen erst mal weiter gegeneinander kämpfen. Das ist wichtig. Einer von denen muss sterben. Dann komme ich weiter. Scheinen beide ganz gut gepanzert zu sein, hä? Leute, das könnte sein, dass ich das nicht überlebe. Vielleicht aber noch. Denn die Circle-Taktik freut. Wie ich den ersten Schlag von ihm einfach richtig gut geblockt habe, ist schon nice. Dancing Jesters und Feetler. Dankeschön für eure Subs. Circle of Life. Okay, wir sind wieder mit dem Watchman zusammen. Dankeschön Kinoma für den Sub. Wir müssen erst mal hier wieder richtig hart abbetten. Und der Game hat 2000 auch. Danke dir. Oh, jetzt wird es schwieriger. Okay, wir sind wieder Top 2. Oh, wir haben wieder alle gewonnen. Wir haben wieder alle gewonnen, Freunde. Wir haben wieder alle gewonnen. Oh, das wird jetzt schwierig. Gegen Romund und Jolana. Der Watchman wird einfach instant sterben, Leute. Ich sage es euch. Aber ich werfe halt aber auch wie ein Gott. Okay, jetzt müssen wir gegen den Watchman kämpfen. Und 150. Zack und join. Ups, jetzt habe ich getreten. Dankeschön, Olaf Werner. Weil der bei mir im Team ist, ist der so voll... Leute, man kann wirklich Schilder aufnehmen. Ist ja der Shit. Gewonnen. Easy Snack, wie Jay sagen würde. So sieht es aus. Spielt Peter auf super easy? Nope, ich spiele auf realistisch. Ich spiele auf realistisch, mein Freund. Und wir haben auch noch richtig Cash durch die, durch die Bats gemacht. Aber gut. Aber stark. Alter, ich bin athletischer geworden. Mega gut. Peter spielt auf Circle-tastisch. Ja, genau. Dann. Meine Party. Wenn wir hier wieder Rekruten ausbilden. Ah. Alter, wir haben schon eine recht gute Armee. Armee. Alter, wir sind viel teuer. Aber wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass immer Cash bekommt. Weil, ich bin gerade ziemlich dumme Dinge am tun. Muss ich ganz ehrlich sagen. Dankeschön, Olaf Werner und MW Kurama. Aber ich finde das einfach geil. Ah. Guck mal, wir haben jetzt hier Body Armor 18, Junge. Mega gut. Kara. Guck mal hier. Du hast das schon an, was ich gerade hatte. Okay. Trade. Dumm ist der, der Dummes tut. Das ist korrekt. Ich habe Dummes getan. So, wenn ich mich, wenn ich das richtig im Kopf habe, war doch gerade bei Lycaron Grain echt teuer, oder? Warte mal, hier ist noch so ein kleiner Looter-Snack. Jetzt reitet doch nicht so weg. Lasst euch doch mal kurz killen, Leute. Woran sehe ich eigentlich, wer so gerade alles am Krieg ist? Wer so gerade sich so... Alter, Razi ist ein vom Southern Kingdom? Ah. Wo ist ein Ragea? Lavenia. Komm mal in deine Stadt, Ragea. Du bist von Lycaron, bist du hier Chefin und alles. So, wie war das hier mit Grain? 13. Oh yeah, baby. 12 ist auch noch gut. Ne, 11 aber nicht mehr. Silberohr ist gerade günstig, ha? Ja. Ja. Nehmen wir mal mit. Was kommt bei Sepp, weiß man das? Ja, das weiß man. Bei Sebastian kommt Final Fantasy VII Remake. Boah, ist echt teuer gerade alles. Grain 16! Grain 16! Man müsste mal danach sortieren können, dass es quasi nach grün. Weißt du, hier so manche sind ja rot, manche sind gelb, manche sind grün. Ich möchte, dass ihr nach grün sortiert. Oh, hier ist ja ein Tournament, Junge. Was gibt es denn? Geile Schulterplatten! Ja, nicht zu zweit auf mich, Leute. Ja, so ist gut. Oh, da hat er sich gedreht. Turn around! Hat nichts gebracht. PLRN drücken, Kicklims, da steht, wer wegkriegert. Ah ja, das ist gut. Oh nein, vier! Oh, das wird richtig schwierig. Erstmal betten. Oh, ich bin einfach auch nur der Schild-Dulli. Das macht die Sache nicht leichter. Okay, die haben wir schon mal gekillt. Sehr gut. Ich muss dem Pferd leider in den Arsch schlagen. Tut mir höchst leid. Ach, als ob. Oh, stark. Na, komm. Wieso habe ich dir eigentlich den geilen Helm gegeben, wenn ich gegen dich kämpfen muss? Oh, two and two. Gucken wir mal. Fuck. Circle zu zweit! Ist es machbar? Ja! Oh yeah, baby! Oh yeah, baby! Is es! Oh yeah! Also, Turniere sind schon nice. Ja, ein bisschen Cash gemacht. GG, Leute! GG! Erik, dankeschön für den Sub! Puh! Aufregend! Ja, hatte ich schon draufgedrückt. Ja, dann können wir uns hier auch wieder gönnen, dass wir hier ein paar Leute aufrüsten. Wird immer teurer alles. Wird immer teurer. Hava, Obama, dein Gold. Ja, die, ähm... Karawane bringt immer noch nichts. Äh, ist noch nicht, ist noch zu lange her. Ja, die kostet aktuell nur, kostet nur, kostet nur, kostet nur, aber das wird sich irgendwann wieder ändern. Wird sich irgendwann wieder ändern. Prisoners werden rausgegeben. Ich weiß auch nicht, ob die das mal gepatcht haben, aber es war am Anfang so, dass wenn du das halt so manuell machst, du, äh, dein Skill besser levelst, tatsächlich. So, was haben wir hier? Ja, genau, wir haben die geilen Shoulders, ne? Warte mal. Armortier 3. Bodyarmor, 16 Armarmor. Ja, okay, der gibt noch ein bisschen mehr Armarmor. Außerdem sieht der cooler aus, meiner Meinung nach. Aber Cara, Upgrade für dich. Johanna, Upgrade für dich. Haben wir schon? Ich sehe mich da. Okay, jetzt muss ich nochmal kurz, wir haben mit dem Grain, haben wir nicht mehr viel Salt, haben wir noch ein bisschen. Dafür haben wir Geld. Können wir da günstig was kaufen. Aber hier gibt es immer nur diese schandalige Pottery, ne? Das heißt, was wir jetzt machen, ist zu unserer Fur City, Yalmares, zu gehen. Wer macht eigentlich Fur für die? Die machen Pferde, die machen Pferde. Grain machen die. Oh ja, wie kommen die immer in das günstige Fur? Ist das dann quasi über... Warte mal, Nidre? Ich kenne doch Nidre. Na, habe ich das schon mal gelesen. Oh nein, mit dem kann ich nichts machen. Spielst du deine 5 Stunden nur Burner, Lord? Ja, es sind ja nur noch 53 Minuten und bisher... Ist das richtig. Dankeschön, Daryl Neil, für den Sub. Kommt zu Mount & Blade nochmal ein Video. Und Dankeschön, Planer, für den Sub. Ähm, Mount & Blade. Ja, die Situation ist so folgendermaßen. Ich gucke mal, ob ich aus dem Stream was machen kann. Ob ich da nochmal ein Video draus machen kann. Dankeschön, Krios, für den Sub. Wieder ein bisschen Leute killen hier. Ich habe das Gefühl, dass die mehr Erfahrung bekommen, wenn ich die so kämpfen lasse. Anstatt, dass ich quasi mit in der Schlacht teilnehme. Was ich strange finde. Playmonkey. Vielen lieben Dank für den Sub. Gerne, Time Traveller. So, wie sieht das aus mit Salt? 35. Oh yeah. So, wie sieht das aus mit Fur? 45, ja? Mach mal mehr, ich habe zu wenig davon. Grain 9 kann man ja wieder mitnehmen. Auf jeden Fall. Mi 22 kann man auch mitnehmen. Eul 45 kann man mitnehmen. Heiz 40. Das ist ein bisschen gefährlich. Canceled Porus vor 127. Da glaube ich zwar nicht dran, aber das werden wir dann mal sehen. Canceled Porus vor 94. Daran glaube ich auch nicht. Canceled Porus vor 248. Eingestellten Erivan. Die bekommen deutlich mehr Fang. Ja, okay. Das ist krass. Wie viel Geld haben wir dann noch? 800. Wie viel kriegen wir? So 300 pro Tag. Da müssen wir jetzt aber schnell nach Porus. Dann müssen wir ganz zackig nach Porus hier. Nein, warte. Zurück. Oh Gott. Oh Gott, wir haben nicht mehr viel Geld. Oh, in der Arena ist auch nichts. Dammit. Kurz bei Sironica halten. Gucken, ob in der Arena was ist. Einmal kann ich die noch bezahlen. Könnte aber ein bisschen eng werden. Weil einmal muss ich die jetzt bezahlen. Gucken wir mal, ob wir hier schon gut was... Oh, leh. Das wäre hier schon ein guter Deal gewesen. Oh, ich habe das Fallkirchen auch noch. Machen wir mal so. Dankeschön, Kevin the Boss, für den Sub. Ah, Arena ist dicht. Gut, mit dem... Mit dem Einschild haben wir jetzt schon... Mit dem Leder haben wir jetzt schon direkt... Alter, wir könnten niedere so fettig machen, ne? Könnten wir einfach ficken, die Sau. Aber warum sollte ich mal? Dankeschön, Ladef79 für den Snap. Oh, der... Oh, 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 oh. Stopp. Und Dankeschön. T-Wölke. T-Wölke, 1397. T-Wölke. Hast du nur das Spiel gespielt? Ja, habe ich. Spiel ist awesome. Wir haben das erste Mal Plus gemacht, Freunde. Die Karawane von Andrasa de Rond hat 300 gemacht. Das heißt, unser Change ist tatsächlich das erste Mal positiv gewesen. Und so, wie ich das das letzte Mal hatte, dürfte es jetzt so sein, dass wir ab jetzt Gewinn pro Tag machen. Was natürlich mega gut ist. Dankeschön, Matrox, auch für den Sub. Das heißt, wenn sich das meine Hoffnung bestätigt, könnten wir danach mal wirklich auf die Suche nach Räger gehen, Räger-Dingens, um mal ein bisschen... Ah, Tools hätte ich jetzt aber auch auf mehr gehofft. Fur ist top. Ja, jetzt haben wir da wieder ein bisschen Cash. Kriegen auch Plus. Gucken wir mal, wo Räger ist. Guck mal. Ey, da bist du... Ich glaube, die ist hier gerade hart am Fighten. Ich glaube, die ist hier gerade richtig hart am Fighten. Okay, dann müssen wir mal runtergehen. Gucken wir mal, ob wir noch was für Vostrum mitnehmen. Wenn wir auf dem Weg sowieso da vorbeikommen, können wir ja auch da ein bisschen handeln. Außerdem gönnen wir uns jetzt nochmal... Vielleicht so zwei von den Dingen, damit wir mehr mitnehmen können. Ich will was in Vostrum verkaufen. Okay, ist alles scheiße. Ah, das ist jetzt nicht so optimal. Gönnen wir uns hier mal wieder. Verkaufen unsere Prisoners. Wir haben zwar jetzt nicht die größte Armee aller Zeiten, aber wir haben gute Leute. Gute Leute. Einer meiner Männer ist mehr wert als 20 von den Euren. Kriegen wir die? 3,4, 3,9. Oh, die reiten aber ganz in die andere Richtung. Da habe ich keinen Bock drauf. In welcher Stadt sollte man seine erste Karawane starten? Meine hat 300 Minus gemacht. Ja, meine weiß ich jetzt auch noch nicht. Ist jetzt auch gerade wieder so ein Hin und Her. Alter, der guckt aber auch in alle Richtungen. Wenn man wieder Zeit hat, dass ich selber an einem Kampf teilnehme. Ich habe nämlich Bock drauf. Sobald sie da über diese Bergspitze kommen, werden wir sie mit einem Pfeil hagen. Okay. War schon immer gut mit Worten. Ich reite voran. Ich reite voran. Immer wieder schön. Oh, die hatten Wein dabei. Die Schlawiner. Nehmen wir doch mal mit. Aber wir machen wieder Minus. Die Karawane macht noch nicht so viel Cash, weil einfach meine Armee so teuer ist. Traden wollte ich hier gar nichts, ne? Ich kann meine... Kurz gucken, ob ich hier... Ne, ist alles gut. Okay. Es kann gut sein, dass hier gerade... Raga richtig Spaß macht. Ne, reite wieder zurück. Ach, komm, ey. Okay, wir reiten Richtung Rasil. Masi. Machen weiterhin Minus, aber nicht viel. Irgendwo hier wird die rum... äh... fläuchen. Dankeschön, Muton Roshi. Ja, wir machen wieder mehr Minus. Scheiß Karawane. Temrion ist nicht richtig. Vorlaub. Abalthos ist da. Gucken wir mal ganz kurz, wie hier die Lage ist. Dankeschön, Jano. Gucken wir mal ganz kurz, ob hier... Ne, keine Arena-Nummer gerade. Wäre ja schon enttäuschend. Immer gern... Will ich einen anderen Speer? Weiß ich gar nicht. Dankeschön, Ames von Miller. Ah, ich will tatsächlich den Kram verticken. Alter, Grain ist hier 22 wert? The Fudge. Pottery 38, krass. Okay. Vielleicht ist die noch da. Oh, oh. Ich sag mal, wie das ist, Freunde. Die Armee von Ragea... 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 hat nur noch 15. Hier ist eine Armee. 186. Hallo? Wait, what? Die hat ein Problem. Sie braucht mehr Rekruten. Ne, ne, ne. Kann ich jetzt gerade nicht. Ich will mich dir anschließen. Hey, ne, so war das jetzt... Schick mich doch nicht direkt weg. Ja, hier. My sword is yours for fight. So, das machen wir jetzt. You receive 80 Gold, whenever you defeat a party of enemies. Cool. Machen wir. Gut, jetzt wird ein Contract aufgesetzt. On behalf of the Karadian Empire, I welcome you. May you put your sword to good use against our enemies. You can count on me. Is there anything else? I want to join your army. Very well. Click to continue. Einmal Sleeve now. Und jetzt? Jetzt reiten wir mit denen! Haha! Jo, und wir verfolgen... Was machen wir jetzt? Next. Okay, für wie viele Tage habe ich noch Essen? 18. Und die ganze Armee hat nicht allzu viel Essen, ehrlich gesagt. Okay, wir reiten hier von... Von Settlement zu Settlement. Um links steht, was er als nächstes macht. Traveling to Tamun. Tamnu. Okay. Da wird gekämpft. Warte mal. Durch den Mercenary Contract bekommen wir 80, solange wir glaube ich als Army durch die Gegend reiten. Unsere Karawane macht leider noch nicht so viel Cash. Okay, die muss glaube ich gerade ihre Armee vergrößern oder so. Matt hat noch gesagt, danke schön. Space Times auch. Chippy und der Kampfzwerg hat einen Zapf verschenkt. Dankeschön. Army you are in is dispersed? What? Was denn? Wo ist ihr denn hin? Hä, wo ist ihr denn hin? Das passiert, wenn die Armee zu lange besteht. Ich habe das Gefühl, dass ich gegen die 65 nicht ankomme. Kann ich mich ihm anschließen? Nein, Kanzel. Die Armee ist auch weg. Geil, jetzt bin ich extra hier runtergeritten. Keine Ahnung, wo Ragea hin ist. Doch, da. Aber ich kann dir jetzt nicht wieder beitreten. Ich meine, wir könnten es probieren. Wir probieren es. Guck mal, der... Guck mal, wir helfen. Wir helfen. Wir versuchen es. Ich frage jetzt, wo ist der Gegner. Da. Hä, wo schickt er seine Leute hin? Hä? Hä? Geil, jetzt geht's! Infern, auf die! Infern, auf sie! Geil! 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 Foe-men, forward, soldiers, move out, footmen, arm shields, zack, 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 zack. Jetzt geht er ab, Freunde Holy shit, Junge Wir haben gewonnen Wir haben wahrscheinlich viel verloren Aber wir haben gewonnen Alter, was ein kranker Fight war das denn? Holy shit Holy shit Wir haben keinen Renown dafür bekommen, sondern nur Moral Yo Wir haben unser nächstes, Herbert Yo Yo Oh, ich nehme mich doch Yo, Junge, was geht ab, Junge So, da sehe ich mich doch Okay, wir haben jetzt nicht mehr So viele Truppen Wir haben ein paar verloren, leider Aber das war wert Und irgendwann werdet ihr auch zu mir rüberkommen Oder ich verkaufe euch einfach Eins von den beiden Sachen wird passieren Uiuiuiui Okay, bisschen Schwund ist immer So sieht's aus Dankeschön, Ghosty und Salalapla Und Bandos EU West Für eure Subs Puh, das war Sehr faszinierend, dieser Kampf Ja, schon richtig, richtig geil Dankeschön, Werner Dongf 10 Euro trinket Oh shit, vielen lieben Dank Okay Das war nice Okay Jetzt müssen wir mal ganz kurz ins Inventory gucken Wir haben ja schon ein paar Sachen gesammelt Die Schultern sind natürlich nicht so gut Wie unsere Sachen Alles nicht so gut Nicht so gut Nicht so gut Die sind tatsächlich besser Oh, die sind sogar noch viel, viel, viel besser Der Southern Common Harness Haben wir zweimal sogar Das heißt tatsächlich Kara Dein Pferd bekommt auch mal einen Harness Und du als Shield Maiden Bekommst auch mal ein Schild Ist das nicht fantastisch? Findest du das nicht auch großartig? Was Schultern angeht Sind wir schon ganz gut ausgestattet Muss ich sagen So, willst du auch mal ein Schild haben Und vielleicht auch so ein paar Javelins Ist auch ganz nice Dankeschön MTX Throne Okay Oh stimmt, die Schultern sind besser als meine Das kann ich ja nicht zulassen Jetzt mache ich den gleichen Fehler nochmal So ist richtig Puh, das war geil Das war ziemlich sexuell Das ist auch definitiv Eine bessere Waffe als die, die du hast Ne, nicht unbedingt Aber als die, die du hast Auf jeden Fall Zack Gönnen wir dir mal Dann Okay Würdet jetzt Sinn Okay, wir sind nur noch 27 Leider Gucken mal, ob wir hier neue Leute Rekrutieren können Können wir sogar wirklich Was immer gut ist Und Clay können wir kaufen Aber sonst nix Ob das Sinn ergibt Hier sowas wie Dieses Dorf Zu überfallen Im Namen Meiner Königin Alter Die ganzen Dinger müssen hier mal So, hier ist unser Kingling Tab Den haben wir noch gar nicht So, was kann man denn hier sehen Southern Empire Das sind also all die Städte Und Castles Die dazu zählen Und wie stark die gerade sind Man kann auch noch sehen Welche Dörfer Wiederum dazu gezählt werden Und man kann Offenbar Sich das Ding holen Wenn man 200 Einfluss hat Aha Okay Was haben die für Policies Ach, das gibt es ja auch Local Communities Could sometimes Force Rulers To sign documents That might limit their powers Militia Quantities Increased by 10% Revenue paid To both Leech And local ruler Release To 5% Okay Land Grants For Veterans Militia Quality Is increased by 10% Village Tax Income Is reduced By 5% Okay, die haben ja schon Viele Policies Armies Eurons Army Der kann man sich theoretisch Dann wahrscheinlich Anschließen, wa Nee In der Nähe von Edmisia Da Da ist die Armee Dankeschön Werner Dong Auch noch für den Sub Ist das die Armee Jetzt bin ich mich gerade 370 Men Aber wo ist das hier Der eine Typ Ist da gerade Nach links weggeritten Hörst du dazu Honotarus Ja, du gehörst dazu Folge ich dir mal Wo reitest du hin Da Da ist die Armee Sehr gut Wir haben nicht mehr so viel Essen, glaube ich Oh, wobei geht auch Wir haben nur leider nicht mehr so viele Anhänger Wir haben halt nur noch in unserer Party 33 Aber Wir haben auch noch ein paar Prisoners Das heißt, das ändert sich von Mal zu Mal Das heißt, wir können uns jetzt der Armee anschließen Join Army Und wir sind schon mal 233 Und ich merke gerade, dass ich gar nicht full life bin Meine Karawane macht immer noch viel zu wenig Geld Viel zu wenig Geld Hier muss man mehr Cash machen Meine Karawane im anderen hatte viel mehr Geld Uncle Benny Dankeschön Und Jickel euch Auch, ebenfalls Vielen lieben Dank für den Sub Okay, wir gather'n uns hier gerade Wir warten jetzt hier offenbar, bis andere Leute ankommen Wir haben Wir haben 10 Tage Bis Okay, jetzt geht's ab 236 Wann ist unser Plan? Oh Gott Das schaffen wir Wir rennen doch nicht weg Jetzt geht's richtig ab, Leute Okay, was passiert denn jetzt? Wann ist unser Plan? Ich bin schreit Was? Was? Archers Okay, ich weiß überhaupt nicht, was jetzt passiert Wo sind die Gegner? Da Auf den Hügel Ich bin schreit Können wir von hier aus schießen? Das ist gut. Aber nicht so richtig, wa? Wow, man, wir verpassen die ganze Schlacht. Yo, what the fuck? Wow, man, Hilfe! Schießt mal! Alter, von uns sterben ganz schön viele Leute. Aber von denen auch. Oh, das war jetzt ganz hart belastend. Als wenn von denen noch welche kämpfen. Als wenn ich vor allen Dingen auch keine Sau treffe. Oh, shit. Oh, oh, help! Ihr macht das, Boys. Hier wird noch irgendwo gekämpft? Ihr habt da was im Rücken stecken, wa? Wo wird denn hier noch gekämpft, ey? Okay, wir haben es geschafft. Holy shit. Was für ein riesiger Kampf, ey. 128 Tote versus 103 Tote. Holy shit. Mal gucken, wie viele davon von uns sind. Wir nehmen erst mal die anderen hier als Gefangene. Oh, ich hab zu viele Gefangene. Äh. Jetzt hab ich nicht mehr zu viele Gefangene. Hm. Jetzt hab ich nicht mehr zu viele Gefangene. Ah, das sieht nicht so gut aus. Aber dafür auch wieder einiges an Loot. Oh, gute Boots auch dabei. Das haben wir ganz gut gemacht. Warte mal, ich pausier aber trotzdem nochmal. Weil da kommen schon die nächsten mit 64 an. Hier geht's meiner Party. Ein paar sind halt ein bisschen kaputt. Guck mal hier. Ich glaube, 1 plus 1 W heißt, da ist einer von verwundet. Also 1 Wounded sozusagen. Das heißt, wir haben eine Größe von 26 plus 9 Wounded. Eigentlich sind wir 35. Da sind halt nur sehr viele von noch gerade nicht ganz wieder fit. Und, äh, ja, ich bin sowieso ziemlich am Sack. Yolana hat 2%. Also gerade alles nicht unbedingt optimal, sag ich jetzt mal. Aber könnte schlimmer sein. Jetzt gucken wir mal hier ganz kurz. Hier haben wir bessere Boots für Cara. Und die Boots kriegst du auch direkt. Yolana. Die kriegst du auch. Hier war noch irgendein ganz guter Helm dabei. Der hier. Besser als der, den du trägst. Ja gut. Aktuell haben wir recht viel Loot. Guck mal, wir haben so ein Schaf am Stüssel, Leute. Richtig krass. Wir haben noch genug Essen. Unsere Karawane bringt mittlerweile so, dass wir zumindest ein bisschen Plus machen. Aktuell zumindest. Okay. Die Armee rollt weiter. Wir haben zwei echt große Armeen. Und die Zahlen gehen nach... Alter, verfolgt die Arztseiten. Können wir die mal bitte weg machen? Okay, wir reiten nach Razi, um Razi zu verteidigen. Das ist gut, weil in der Zeit kann ich mich heilen. Und Herbert ist mal eben in Stuart gestiegen. Daily Goat change... Meine Karawane macht gerade gar nichts. Aber die ist noch am Start. Hat auch erträgliche Moral. Wir holen uns hier noch so einen geilen X-Man auf unsere Seite. Power of X, Leute. Dankeschön, Everlast. Für deinen Sub. Und Porto for the Win ebenfalls. Und Panda Pirate. Und Dabigna und Jickel. Dankeschön euch allen. Zwei sehr große Armeen sind hier unterwegs. Oh. Oh. Talas Armee. Sieht schwach aus dagegen. Oh, jetzt gibt's Klatsche. Jetzt gibt's Klatsche, Junge. Oh, man. Weiß nicht, wie ich den Spass drehen kann. Oh. Oh, da sind ja ganz schön viele Bowman. Oh, da rennt die AW da hinten drauf. Und wir lassen die Pfeile regnen. Wir lassen die Pfeile regnen. Oh. 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 Holy shit. Was ein Gewinzel. Oh. 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 Gesehen! Als ob. Guck mal, die gegnerische Armee ist eigentlich noch recht umfangreich vorhanden, aber ich... Ach, da ist sie. Oh, ich bin tot. Das ist ja doof. Hat er mir einen Headshot gegeben. Aber egal, das Match geht weiter. Ich bin hier einfach mal gestorben. Ich kann fliegen. Alter, guckt euch diese Menge an! Holy Shit! Guckt euch diese Menge an! Die Gegner haben noch nicht aufgegeben. 74 Tote. Und dadurch ist mein Influence wahrscheinlich auch ein bisschen gesunken, weil ich im Kampf gefallen bin. Ja, Oros, ich habe dein Leben gerettet. So ist nämlich die Situation. Und ich bin immer noch nie in der Lage. Ich bin immer noch in der Lage. Ich bin immer noch in der Lage. Ich bin immer noch in der Lage. Wenn du nur noch etwas zu helfen kannst, lass mich wissen. Geile Nummer mein Freund Und jetzt habe ich auch nur so wenig Prisoner gekriegt Ich kriege jetzt auch nur so wenig Loot Weil ich gefallen bin oder was Ich finde meine Armee hat so einen großen Anteil da an der ganzen Nummer Aktuell haben wir jetzt eine Situation von 28 plus 6 Verwundete Das heißt wir haben nie so viel verloren Alles gut Theoretisch nur einen Dankeschön Kendo für den Sub Und Jasperdi und Solades Die Frage halt Ob wir jetzt weiter in der Armee bleiben wollen Wir sind halt gerne Wir sind halt am Sack Unsere Party ist teilweise im Sack Wobei eigentlich bin nur ich am Sack Hier mein Peasant, mein einziger ist verwundert Mein Imperial Equid ist verwundet Es sind sehr viele verwundet Aber hier so einen Archer nehmen wir natürlich gerne auf So einen Recruit nehmen wir auch gerne auf Vor allem die ganzen hier so einen geilen Soldier Oder hier so einen Master Archer Den würde ich schon gerne von mir überzeugen Jetzt sind wir hier Unsere Karawane macht halt einfach auch nix Travelling Sahel to raid Oh wir raiden jetzt ein Village Jetzt befinden wir uns aber schon Schon tief im Gegnerischen Bereichen Na gut Wir helfen natürlich Das raiden wir mal halt Das Village Ja ich bin der Archer Man Junge Ich bin klar wheat Was? 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 Wicом? Oder? Was? Wicom? Was? Was? Stell dir mal besser dahin. Von da aus werden wir besser schießen. Haben wir gewonnen. Wir haben neun Leute verloren. Das ist natürlich blöd. Ich hoffe niemand von uns. Kann ich keine Gefangenen mehr nehmen, weil mein Gefangenen-Dingens voll ist? Vielleicht. Jetzt raiden wir. Was heißt das? Oh, wir sammeln jetzt. Wir sammeln jetzt Essen, weil wir dieses Village raiden. Das dauert halt ein bisschen Zeit. Aber wir haben wieder Plus gemacht. Nice. Unsere Karawane macht mal wieder was. Wir sammeln ganz schön viel Grains, sag ich jetzt mal. Die armen Villager. Das ist schon ganz schön übel. Wie geht denn? 30 plus 4 haben wir. Alles gut. Alles tutti. Wir haben hier noch die geile Infanterie. Die gönnen wir uns jetzt auch nochmal. Rekrut können wir uns auch. Okay. Ah, unsere Kraft hier ist noch ganz gut. Dankeschön, GR Techie für den Sub. Okay, wir haben wieder einen Fokuspunkt zu verteilen. Ich kriege halt einfach... Ich habe keine hohe Moral leider. Ist so ein bisschen... Deswegen wird bei mir Leadership auch nicht gut ge... Ge... Levelt gerade. Muss man leider sagen. Muss man leider sagen. Muss man leider sagen. Ich glaube hier in den Bogen könnte ich noch was stecken. Ich bin immer der Archer-Man. Done. Ja, dann kontinuieren wir mal, wa? Hobo Tias. 9. Vielen lieben Dank für den Sub. Wir haben immer noch eine recht große Army mit 200, muss ich sagen. Wir safen mal. Save as... Create new save slot. Oh nein. Ist ja jetzt in Wahrheit. Twitch. Wir reiten ganz schön tief hier gerade in... Das Feindes-Gebiet. Was machen wir denn jetzt? Wir kämpfen. Aber das ist... Gegen 49 macht ihr das schon. So, ob wir 14 Leute verloren haben. Ah, wir raiden jetzt wieder ein geiles Dorf, oder was? Ja, finde ich gut. Ja, warte mal, das wollte ich gar nicht machen. Ah, ich kann meine Party gerade nicht aufrufen. Mal, wie die Looter zwischendurch hier immer mal wieder so vorbeikommen. Bei mir im Game hat die Frau von meinem Char gerade ein King geboren. Es heißt Corena. Geil. Wir haben es successfully geradet, Junge. Wieso schreibt ihr 187? Habe ich was Falsches gesagt? Ich bin... Dankeschön. The Bourbon geht 88. Wieso schreibt ihr 187? Deine Mehrheit 187. 187 ist die Nummer für Mord. Okay, ich bin nicht drin in eurem Game da gerade. In eurem komischen... Ihr Kriminellen da. Okay, wie viel haben wir? Wir können hier theoretisch tatsächlich alle einfach aufnehmen. Nehmen wir Infanterie, gönnen wir uns. Geilen Archer, gönnen wir uns. Der Sperrmann nehmen wir auch gerne mit. Gönnung. Unser Inventory ist auch noch nicht voll. Essen haben wir noch satt. Dann... Continue. Aber jetzt haben wir 195. Bei uns heilen sich nach und nach die Leute. Dauert aber alles ein bisschen. Ich glaube, ich habe keinen Heiler. Aber wir gehen jetzt wieder nach Razi, weil hier ist offenbar Stress. Wir fliehen? Nein, wir helfen. Okay, gegen 11. Kommt die andere dann noch da hinterher? Attack, Junge. Ich habe wieder die geilen Archers, Junge. Guckt euch da mal an, da! Guckt euch da mal an, da! Das war jetzt... Krasse Schlacht. Als ob wir echt drei Leute verloren haben. War eine enge Kiste, ja. War richtig... War schon so... Ob das was wird? Okay. Mit den ganzen Armys hier zusammen sind wir auf jeden Fall mehr als deine Scheiß-Army da vorne, Bruder. Oh, wir reiten langsam auf dich zu. Wir reiten langsam auf dich zu. Oh, die Siegen! Die Siegen! Ja, mein Freund. Jetzt gibt es aufs Maul. Jetzt gibt es aber richtig auf die Fresse. Ho, 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 ho! Archers sind meine Freunde! Form! Moose! Wo sind denn die olden Sieger? Vorne im Schutz der Bäume, oder wat? Ich würde jetzt zu gerne drehen, ehrlich gesagt. Get moving! Wo ist denn mein Team? Auch von hier hat man doch eine ganz gute Übersicht. Dass die Kavalerie aber auch schon losreitet, da kann sie ja nur Tote geben. So, jetzt kommt der Pfeilhage. Meine Arscher sind wie immer die Rettung. Achso, ja, stellt euch nochmal ein bisschen weiter nach vorne. Oh. Wah! Ah! Ah! Ohohohohoho, wie er gerade mit dem Borgstein auf mich gezielt hat. Ohohoho, alle ziehen auf mich. Nix herbeher Charge, Alter. Ich hab die Fernkämpfer, die chargen hier gar nix. Die schießen ab, Junge. Guck mal nach vorne! Der Einzelne, wie er da steht, Alter. Badass, muss ich schon sagen. Alter, Ira, kannst du mal deine Fresse halten? Sind denn irgendwo Gegner? Wir haben gewonnen, oder? Ja, ja, wir haben gewonnen. Alter, Punkt 20 Uhr. Haben wir richtig krass gerockt. Richtig krass gerockt. Keine Ahnung, was die Ira da die ganze Zeit für ne Scheiße gelabert hat. We are your mercy. Ja, du bist jetzt mein Gefangener. Als ob ich dich jetzt frei lasse, Alter. Uh, ich kann Leute direkt rekrutieren. Könnung. Auf 24 Prisoners. Das wird ein bisschen eng. Äh, ich lass mal die Loser zurück. Einen können wir noch, jawoll. Alter, Tariq. Achso, wir haben so einen, wir haben jemanden mit einem Namen erwischt. Goll. Loot is true. Genau. Ich unmute mich mal. Na, war stark. Muss ich ja wirklich sagen. Dann wird mal richtig hardcore abgespeichert. Das war nice, Chat. Das war nice. Das war ne richtig geile 5 Stunden Session. Und ich muss sagen, diese 5 Stunden sind... Unglaublich schnell vorbeigegangen. Unglaublich schnell vorbeigegangen. Wirklich. Äh, es ist selten, dass es, dass bei mir die Zeit so schnell vorbeigeht. Es ist wirklich chillig, hat richtig Laune gemacht. Äh. Und das, ich würd mich freuen, wenn wir das nochmal wiederholen können irgendwann. Emotional Chaos hat noch gesuppt. Dankeschön. Nazat hat auch noch gesuppt. Und ich seh, Sepp ist schon in TS. Ey, schönes Battle, Peter. Ja, hast du richtig gut gemacht. Ja, dankeschön. Dankeschön. Ey, ich muss sagen, das Spiel, das macht einfach irgendwie Bock zuzuschauen. Und irgendwie hab ich aber auch Bock, das selber zu spielen. Aber das kostet so viel Zeit. Oh man, ey. Das kostet viel Zeit. Das ist richtig. Aber du spielst jetzt auch ein ziemlich, ziemlich, ziemlich geiles Spiel. Oh ja. Oh ja. Ich freu mich sehr drauf. Endlich darf ich's richtig spielen. Und, äh, ja. Ja, ganz schön gemein, weil ich bin schon richtig weit. Ich hab schon irgendwie zwölf Stunden drin. Und Sepp durfte die nicht spielen, weil er im Stream spielen wollte. Haha. Tut mir leid für dich. Aber jetzt darfst du's ja endlich. Aber wenn du sagst, es lohnt sich. Ja, dann bald. Ja, doch. Macht schon ziemlich Laune. Ist schon ziemlich cool. Wären coole fünf Stunden jetzt. Ja. Rausche, Bart, Wurstfinger hat gerade noch gesuppt. Und dann würde ich jetzt auch an dich übergeben, Sepp. Ja. Ready when you are. Äh, I'm ready. Okay. Dann Dankeschön, Chad. Dankeschön, Mods. War wirklich eine wunderschöne Zeit. Und viel Spaß jetzt mit Sebastian. Sepp, du kannst übernehmen. Ja. Wie geht, der? Und das ist ein Problem. Ja. Und das ist ein Problem. Das ist ein Problem.